Theoretisch, könnte ich jetzt Dark Souls zu Ende ballern? Hast du noch nicht? Ne, ich bin im letzten DLC. Ah, ja. Aber ich muss sagen, der Hype ist auch so ein bisschen weg, das Momentum ist weg, aber muss man ja schon abschließen. Ja, und ich habe auch das Gefühl, also weißt du, der Endboss ist schon tot, jetzt ist so ein bisschen Reste ficken. Ja, den Weib kriegt man. Ja. Ich glaube, am meisten fuck mich wirklich das mit den Strafen inzwischen ab. Ich habe nicht das Gefühl, ich kann jetzt einfach entspannt zocken. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich es jetzt einfach ohne Strafen mache, aber ich glaube, viele Leute, ja, I don't know. Also, kurzer Real Talk hier aus dem Eintracht Spandau-Backforce-Sessel. Wenn wir jetzt mal aus der Vogelperspektive auf die nächste Zeit gucken. Wir haben jetzt eine Zeit vor uns, ne? Es steht jetzt, nächste Woche ist das Baller League Finale. Dann ist jetzt schon sehr bald das Prime League Finale. Ich meine, Freitag Halbfinale und dann kommt das Finale. Ich weiß gar nicht, wann das Finale ist, wann genau. Äh, damit ist, damit will ich nur sagen, wenn ich jetzt Dark Souls abhake für mich, auch für so ein bisschen meinen inneren Frieden. Dark Souls, weg. Guck mal, überlegt mal, wie viele Streams einfach voreingenommen waren von Dark Souls, von dem Projekt. Ich habe ja nur das gespielt fast. Jonas spendet 10 Euro. Ähm, Prime League ist abgehakt, Baller League ist abgehakt, Dark Souls 3 ist abgehakt. Und, also, ich kann dann actually in den Stream reingehen und machen, was ich will. Das hatte ich jetzt seit Januar nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dark Souls 3. Wir spielen heute den Rest von Dark Souls. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Lasst euch nicht irritieren. Ähm, da hinten finden gerade noch andere Dinge statt. Oh, schön. Und jetzt jubeln, das hätte ich gerade dreimal gewonnen. Geil, jubeln! Und wie sieht's aus mit Mount & Blade Banner Lords? Lass mich los, Brüheri! Könnt ihr euch jetzt mal alle verpissen? Ich nehme hier auf, gerade auch. Nee, da brauchst du gar nicht so dumm gucken. Aufnahme-Band steht da. Du bist jetzt hier im Internet. Nun, sieh zu, sieh zu! Oh, Sam. Ticker. Hä? Das war so richtig icon-t. Alter, er steht da so mit seiner Jacke. Oh, Sam. Hä, 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 Hä. Also Leute, ich hab mir, ich bin ein bisschen in mich gegangen. Ich werde ganz am Ende, wenn ich Dark Souls 3 durchgespielt habe, also mit allen DLCs und einem Pipapo, werde ich nochmal so ein Resümee machen. Aber ich muss sagen, vieles war jetzt nicht optimal im Zuge des Let's Plays. Ich hab zum Beispiel die Dauer total unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier im April noch hocken und Dark Souls 3 spielen. Liegt da in unterschiedlichen Gründen. Ich muss sagen, dass mit den Strafen, durch die Limitierung, die man auf Twitch hat, in Bezug auf Gewalt, rohe Gewalt, ja, sind die Strafen eher für mich nervig geworden. Aber waren sie ja schon immer, die waren schon immer nervig, ich wollte sie ja schon immer dodgen, deswegen hab ich getryhardet. Aber nicht auf diese Art und Weise, die spektakulär ist, sondern halt wirklich nervig, nervig. Und ich hätt's geil gefunden, wär ich ausgepeitscht worden, Schlagstock, Rohrstock, keine Ahnung, auf Lego setzen, in Ventilator rein, all sowas steh ich drauf. Ähm, aber jetzt hier Sauerkraut trinken und in ne Zwiebel beißen und oh ja, oh nein. Und dann geht's auch nur wirklich, dann rumort es und der Mut sackt ein und dat is es nicht. Und ich hab jetzt schon richtig gemerkt, wie Dark Souls 3 für mich etwas geworden ist, was ich einfach nur abhaken möchte. Und das ist irgendwie voll schade. Weil ich erkenne an, dass das ein geiles, geniales Game ist, aber ich hab wirklich wenig Spaß dran. Ähm, danach soll's nicht immer gehen, es geht ja auch um die Show, aber ich merke, dass das Auswirkungen hat, auch auf die Show und auf das Projekt. Weil, wenn ich keinen Spaß dran hab, merkt man das. Vielleicht nicht immer direkt, aber so ein bisschen. Ähm, und ja, ich schieb's auch so ein bisschen auf die lange Bank dann vielleicht auch mal eher. Ja, und dann renne ich irgendwie hier nur noch durch und das ist kacke. Deshalb dachte ich mir, komm, wir machen vielleicht jetzt am Ende einen Kompromiss. Wir ballern jetzt die Strafen erstmal weg. Ich hab Bock, dieses DLC zu Ende zu spielen, ohne irgendwie Sorge zu haben, dass mich nervige Strafen die ganze Zeit hitten. Ich will schön geil diese Bossfights jetzt spielen. Ich will auch ein paar Tries haben dürfen. Äh, ich will die Levels entdecken, anstatt da durchzurennen, weil ich keine Strafen abkriegen will. Ich will, also kurz um, ich will einfach Dark Souls 3 spielen. So, weil das halt ein geiles Game ist. So, und ich will nicht, dass die Handicaps dazu führen, dass ich auch einfach anders spiel. Also auch einfach, wisst ihr, so super safe und ja, keine Ahnung. Wir trotzdem Tryhaden natürlich, aber ich, also Hands down, man kann's jetzt runterspielen. Ich hab einfach keinen Bock auf die scheiß Strafen, Mann, die kotzen mich an. So, deswegen ficken wir jetzt diesen Dämonenprinzen schön rabiat in den Arsch. Äh, und dafür werde ich vorher nochmal den einen Zauber einstimmen. Wollen wir hier nix anbrennen lassen, versteht ihr, wie ich meine? Äh, wo ist er? Der hier, zack. Den stimmen wir einmal ein. Besser haben als brauchen, sag ich nur. Kann sich Off-Camp peitschen lassen. War for real ne Überlegung. Aber dann kann man's auch direkt sein lassen. Also, es hat ja dann keinen Effekt. Für euch. Und auspeitschen lassen kann ich mich auch so. Oh Gott. Zink-Geld-Gesicht spendet 10 Euro. Kern-Gedanke. Zink-Geld-Gesicht. Ja, danke. Ähm. Genau, der macht ja den anderen Buff weg. Ja, dann machen wir jetzt fettes Heilen. Und vielleicht ne Range-Attack. Sonnenlicht-Sperren, ne? Ja. Mal gucken. So. Dann gehen wir rein. Äh. Ich popp noch ne Dings. Genau, auch dieses. Ah, die hab ich schon. Auch dieses Invaded-Werden war dann immer voll stressig und so. So, let's go. Ich hab hier ganz viel nicht eingeblendet, ne? Ah, hier sind wir. Sorry. So. Let's go. Wie machen wir das? Ich glaub, ich renne auf einen drauf. Ah, da war der zweite Heep schon. Oh. Kann grad nicht. Aber danke. Oh, jetzt kommt der andere Atze. Ist natürlich doof. Oh, jetzt kommt er aber wieder. Oh, er hat aber auch Bock. Scheiße, Digga. Dass man da nicht dodgt, indem man einfach weg sprintet. Das nervt. Das nervt. Okay, der andere ist weg. Jetzt ist der andere Atze wieder da. Digga. Was geht hier? Also, die Atzen sind echt nervig. Also, man muss... Ich glaube, der Trick ist halt, die schönen auseinanderzuziehen. Aber... Also, die chillen auch nicht. Guck mal. Er ist jetzt... Jetzt sind beide im Chill-Mode. Übel nervig. Der kommt einfach nicht an. Okay. So, jetzt hat der Bock. Was ist das denn? Hansro spendet 10 Euro. Erst knackt, dann knallst Knabe meins. Du wette. Vielleicht mehr auf den Schwanz? Oh. Der müsste tot sein. Spiel mal War Thunder. Alles klar, Digga. Spiel mal War Thunder. Gut. Wir müssen abbrechen, Leute. So, der ist da. Der ist eher... Ach, der merkt Explosion? Nee, er hat sich jetzt gebufft oder so. Ja. Ich hoffe, es wird geil. Schön hinter ihm. Der sitzt aber ein bisschen, äh... am Strampeln, der Junge. Oh, Hit. Aber richtig schwer ist ja eigentlich der Typ danach erst, ne? So. Und der explodiert jetzt, right? Oder irgendwie sowas. So, wie war der nochmal? Was verboten? Ausdauerwaffen, was verboten? Jetzt kommt Jesus. Bro. Okay, ich muss nah an ihn ran, glaube ich. Das hatte ich. Okay. Okay. Okay, ja, ich muss nah ran. Scheiße, Bruder. Das ist ne Explosion, ne? Ach nee, sind diese Feuerbälle? Digga, was macht der? Okay. Okay, ich muss um Diesel. Okay, cool, ja. Ja, cool. Und ich mach keinen Schaden. Das war das Problem. Aber... Wie mach ich denn Schaden? Auf seinen Kopf? Digga. Das war jetzt der Wab? Ich glaube, sein Kopf ist wahrscheinlich empfindlich. Ich glaube, das geht nicht gut für mich aus, oder? Ach, die Scheiße schießt jetzt wieder. Ach, da kann ich ihn interrupten, oder was? Digga. Ich muss ihn mehr anvisieren. Hab ich gedodged? Muss ich nach hinten dodgen? Hab ich eigentlich gedodged? Ich hab kein Trinken mehr. Seitlich. Was ist das? Kann mich nicht heulen. Ah, das war's. Okay. Die Spieler hassen ihre Fanbase, wenn ich mir diese Bosse so anbe... Okay. Also, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn er so hoch springt, dass es nach unten ballert, da sollte ich... da sollte ich zur Seite dodgen, nicht rein dodgen. Das habe ich jetzt hier lernt. Und ansonsten nah an ihn ran. Ich glaube, er lädt immer seine Attacken auf. Und dann... War hier grad wer drin? Und wenn er seine Attacken auflädt, kann ich so ihn unterrappen... Unterrappen, Digga. Interrupten, sodass ich ihn dann heftig Damage machen kann. Weil gefühlt in der Phase, mache ich ihm kaum Damage. Mit normalen Attacken und normalen Kragen. Äh, Tode. So. Also, ich habe gefühlt, bevor ich reingekommen bin in den Fight eben, also in der letzten Phase... ...habe ich sechs Tränke gedraint. Das war illegal. Oh Gott, immer genau falsch gerollt. Ich kack mich voll. Okay, jetzt sterbe ich, oder was? Digga. What the fuck, Alter? Was geht bei den Jungs? So, genau. Komm du mal her. Ah, jetzt komme ich nicht raus. Doch. Ey, es ist ja super eklig. Das ist echt sehr eklig. Ich darf immer nur einen Hit machen und dodge. Immer nur einen Hit. Und den anderen mal beobachten, was er macht. Jetzt haut er wahrscheinlich auch mit drauf. Also, er ist der Fernkampf-Atze, ne? Hey, nee. Warte, ich habe erst den anderen gehauen. Scheiße. Oh, ich darf eigentlich nix mehr... Und jetzt entflammt er. Die wechseln sich einfach wirklich ab. Das sind genau die gleichen Typen. Okay, ich lerne. Was war das für eine Attacke? Ja, sie haben leicht andere Attacke, kann das sein. Also, die schalten so in ihrer Phase irgendwie um. Der ist immer wichtig. Und der Typ macht jetzt Urlaub, oder? Ja, ich... Ich mache chillig. So, dann komm mal her. Scheiße. Der ist tot, oder? Ja. Ich habe kein Healing dabei. Ich habe kein Healing ausgerüstet. Ich bin vollidiot. Jetzt habe ich nur acht Tränke. Okay. Aber mit den Learnings von eben. Acht Tränke. Okay. Okay. So, nah ran. Und anvisieren. Wenn er hochfliegt. Wenn er zaubert, kann ich ihn, glaube ich, interrumpen mit Hetten schlägen. Macht er jetzt eine Explosion? Ja. Oh, jetzt ran. Oh, ich sehe nix. Okay, ran, ran, ran. Okay, beides gedeutscht. Easy. Was ist das? Okay, hat ein paar Hits. Seitlich. Sehr gut. Oh, auf den Kopf. Jetzt zaubert er. Digga, da hin. Ah, das ist das. Da muss ich ihn unterbrechen. Ach, das war das. Anonymes spendet 10 Euro. Eine Ära geht zu Ende. Der war Ramm, das ist super. Doch, kurz vor Ende, ohne Strafe. Fühlt sich an, wie er aufgeht. Ich sehe nichts. Ja. Jetzt kann ich ihm einmal richtig geben. Fünf Tränkel. Das Anvisieren ist so ekelhaft. Seitlich? Oh, der hat mich leider erwischt. Ach. Fuck. Ja. Zwei Tränke. Jetzt zaubert der Wichser wieder. Ach, das ist, glaube ich, jetzt... ...die Scheiße. Und da muss ich ihn interrupten, right? Ja. Nee, jetzt kommt die Scheiße von oben. Aber ich kann ihn interrupten. So, jetzt wieder nah ran. Das war's. Ist er down? Ich glaube, ich hab's. Let's go. Nice. Drei Trice. Oh, ich hab die Seelen vergessen gehabt, einen zu sammeln. Die sind jetzt weg. Der war ja easy. Naja, anyway. Habe einen zweiten DD2-Tamina-Reddit-Post mit Bildern gemacht. Viel Spaß. Jo, danke. Ja, anyway. Gut. Schaue ich mir einen an. Okay. Danke für die 10 Euro. Hä? Nee, jetzt war was anderes. Eine Ära geht zu Ende. Das Ganze jedoch kurz vor Ende ohne Strafe fühlt sich an wie aufgeben. Ja, ist mir egal, wie sich das für dich anfühlt. Ich mach das ja für mich. Und ich hab am Anfang ein Plädoyer gehalten. Das kannst du dir gerne nochmal reinziehen, falls du da Kontext für brauchst. Ah, da sind die Seelen. Geil, 64.000. Die hätte ich einfach liegen gelassen, wär's ohne streamen. Ich hätte gedacht, dass ich beim ersten Mal gestorben bin, beim zweiten Mal nicht eingesammelt hätte und beim dritten Mal sind sie halt weg und ich geh weiter. Okay, aber hier ist kein Bonfire, oder? Also wenn, dann ist hier auch schlecht platziert mit der flammenden Umgebung. Digga, wo ist hier ein... Ich seh kein Bonfire. Hier brennt aber auch alles. Ist ja schwierig. Hier? Nee. Hier wär ein guter Platz. Am Eingang zum Tunnel. Wo war der jetzt nochmal? Da. Ah, da. Ich seh's. True. Hahaha. Einfach PP-Egal. Hey, entspannt euch. Entspannt euch. So. Gut. Dann würde ich sagen, reisen wir einmal zum Feuerband schreien. Gucken mal, was wir durch die Seele... Also da ein fettes Feuerschwert, oder so? Ansonsten leveln wir einfach. Denk ich. Yo. Diese fette Feuerexplosion... ...schleudert einen explodierenden Chaosklumpen. Dann brauchen wir mal 15 Int. Yo. Dämonennarbe. Aber auch 17 Int. Crazy. Ah, kann man auch zum Casten verwenden. Ist zugleich eine pyromantische Flamme. Ist... Ne? Ist doch diese... Hey, ohne Witz, ne? Für mich hat Dark Souls 3 jetzt so einen hohen Wiederspielwert, weil hier so viele Waffen sind, um die man den ganzen Bild bauen kann. Wirklich. Allein hier von diesem ersten Fürsten... Oh Gott. Die... Äh... Der Dolch und Jonson spendet 5 Euro. Johanna ist ja ganz cooles Gameplay und so, aber wann kommt eigentlich die No-Hit-Version? Kuss. No-Hit, Alter. No-Hit werde ich never machen. No-Death-Run feiere ich überhart, aber No-Hit, Alter. Das ist mir... Ey, da müsste ich wirklich ein halbes Jahr nur noch das hier machen. Und das limitiert mich einfach auch zu sehr. So, leveln wir jetzt einfach? Ich glaube. Ich glaube. Und wahrscheinlich sogar... Vitalität? Vitali. Selbst Jack Fromsoft hat noch nie No-Hit geschaffen. Er ist richtig harter Probe. Ist er so harter Probe? Ich glaube, da gibt es viel, 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 viel krassere. Das ist die richtige Waffe. Safe. Achso. Könnte die Seele poppen. Honestly, ich glaube, du kriegst No-Hit viel schneller hin, als du meinst, Hanno. Ist eher Strategien lernen und die Bosse kriegst du ja auch ohne Start sehr schnell analysiert. Ja, man muss halt die Pattern lernen, ne? Also, verstehe ich schon. Und No-Death-Run hätte ich übel Bock. So, für einen Stream, weißt du? Das meine ich, wenn wir Dark Souls 3 fertig haben, so einfach, ich meine... Und dann ist auch Eintracht und Baller League gerade nicht. Dann kann ich einfach live gehen und sagen, jo, heute machen wir einfach mal No-Death-Run. Acht Stunden lang. Hoffentlich. Oder so. Oder üben No-Death-Run. Dass man so tagesbezogene Themen auch hat. Die Tagesthemen. Ähm... Ich wollte hier einmal verkaufen, right? 20.000 ist ja nichts im Late. Ja, brauchen wir irgendwas? Ich meine, jetzt können wir ein bisschen für Klamotten mal gehen oder so, aber an sich... Sind wir good to go. Ich wollte eigentlich immer mal... ...das hier so ausprobieren. Da habe ich Bock drauf. Das sieht auch geil aus. Ashen One. So, schauen wir mal. Das? Oh Gott, das sieht scheiße aus, Bruder. Äh... Das hier hatten wir noch neu. Nee, ist sie auch. Ja, ich glaube, wir bleiben da. Wir bleiben dabei. Das sieht schon irgendwie... Es macht immer so viel aus, wenn da so Zeug dran rumflattert. Dadurch sieht man so viel agiler aus. Das ist 78. 69,6. Hm. So. Komm, machen wir mal so. Mal ein bisschen... ...n bisschen... ...jung fühlen. Ein bisschen... ...neumodisch. So, Dämonenprinz. Das war jetzt... Hanno, der Tunnel, durch den du gegangen bist, das ist der Feierling-Schrein vom ersten Teil. Schau dir das genauer an und lies die Nachrichten. Ripp alle meine Punkte. Oh mein Gott. True. Ist das geil. So, und was vorhin unterging... ...Ging? Johanno ist ganz cooles Gameplan und so. Wann kommt eigentlich die No-Hit-Version? Ah, nee. Ist der halb tot oder gibt es demnächst wirklich mal ein No-Death-Run in Elnring? Da hätte ich brutal Bock drauf. Brutal. No-Death-Run in Elnring. Da habe ich so... Digga, da komme ich wieder mit PowerPoint um die Ecke und habe mir alles gedraftet. Kleines Gesandten-Banner zeigen. Digga, wo sind wir jetzt? Wie viele Bosse hatten wir jetzt in dem DLC? War das der erste? Oh Gott. Sorens Gritsch pendet 10 Euro. Wenn No-Hit-E schon Thema ist, falls du es dir mal anschauen und testen willst, wie schwer es ist dafür ist, sag an, hätte mega Bock da zu coachen. Und danke für den geilen Content. Kuss. Wo sind wir jetzt? Digga, ist das immer noch das gleiche DLC-Gebiet? Aber war das der erste Boss in dem... Das DLC fühlt sich schon so riesig an. Digga. Ich habe gehört, dass... Du, No-Death-Run mit Papalatte. Ich glaube nicht, dass Kevin da lang... Also, No-Offense, aber... Kann man denn No-Death-Run-Koop machen? Achso, ja, klar. Oh, moin. Huck. Die haben dich hier gebracht, haben sie nicht? Das coole Brie, dem Boss von gerade ist, dass er ein anderes Moveset hat, je nachdem, welchen der Dämonen du zuerst killst. Echt? Krass, da hatte ich immer den gleichen. Zufällig. Ich gebe es nur vor, Digga, ich diene hier gar keinem. Ja. Ja, natürlich. Wie würde ein solches... Ola, Hanno, deine Streams sind Balsam für die Seele. Ich habe aktuell eine echt schwere Zeit für mich persönlich, und es ist wundervoll, dir einfach zuschauen zu können und mal abschalten zu können. Kleiner als drei. Also, tu mir leid, dass du eine schwere Zeit hast. Freut mich aber umso mehr, dass dir die Streams da was geben und dir helfen. Halt durch, Brie. Oder Bra oder Briette. So. Ganz ehrlich, das war auch schon wieder nur bla bla. Und nachher gibt es wieder irgendein Ereignis, was darauf gefußt hat, was ich hier gesagt habe. Anyway. So. Ring City. Oh. Da hinten ist jemand schon am Inwäden. Gut. Deswegen konnte ich mich hier auch nicht hinsetzen. Ist eigentlich mein Autogrammbuch bei dir angekommen, was ich vor ein paar Wochen in Briefkasten geschoben habe? Das Autogrammbuch kam wahrscheinlich an. Es kamen einige Pakete an. Die werde ich jetzt alle öffnen demnächst. War ein geiler Inwäld, Digga. Der Wichser da hinten. Ähm. Cool. What the fuck, Alter. Ah! Okay, ich bleib hier. Digga. Da kommt noch einer. Ich muss die erstmal alle machen, bevor ich hier rausgehe. Hier ist mein Nest. Oder spawnen die auch. So. Und dann in den Tunnel, oder? Oder zu ihm hoch. Dann kann ich ihn interrumpen. Allerechtes, der Bestes, der spendet 5 Euro. Digga. Kaum spiele ich Dark Souls. Ihr habt alle jetzt Punkte durch den Eintracht-Win geholt, wahrscheinlich. Ihr seid so nervig, Alter. Streng dich an, Heno. Selbst der Säugling im Bauch meiner Freundin hat das im No-Hit geschafft. Pro-Tipp. Alter, Alter. Die fässer. So, jetzt da in die Kuhle. Dann da vorne in die Kuhle. Dann die Atzen töten. Was geht da? Und dann? Ich könnte hier noch... Range. Range, Alter. Ich knall mir einen Bogen ab, den Wichser. Ihr schön hinter dem Zinn. Moin, Benno. Minus 40k. Stark. Digga, ich bin hier einfach im Jail. Ist das kranke Scheiße. Moin. Moin, Heno. Kennst du Zero Sievert? Ist wie Tarkov in Pixeloptik und ISO-Ansicht. Schön knackig. Könnte dir gefallen. Ja. Quark. Finde ich geil. Warte. Ich muss die... Also, wo ist kein Feuer? Nee, das Feuer macht der nur manchmal. Okay. Also, das hier mit Strafen wäre Tilter. Glaube ich. Das ist ja... Oh ja. Zwei Tode kamen dazu. Drei. Digga. Digga, und hier kann man invaden? Wie asozial. Gibt es irgendetwas, was mir noch nicht aufgefallen ist? Also, obviously, soll man hier von Dings zu Dings sich vorarbeiten. Man könnte runter droppen. Man könnte da rechts runter droppen, glaube ich. Erstmal ganz entspannt. Komm, fick dich. Oh. So. Und den Typen machen wir irgendwann von hinten wahrscheinlich weg. Oh. Kommt der runter? Erstmal das da. Der Stepp da oben. Oh. Kommt wirklich einer. Komm hinterher, die Brüder. Schau. Der andere. Okay. So. Digga, da hinten. Ah, ne. Da ist nichts auf dem Dach. Da unten sind Items. Hey, Hanno. Du bist eine Bereicherung des Twitch-Games. Und ich bin sehr froh, dass du diesen Schritt gegangen bist. Jetzt hört doch mal auf, mir immer in den Arsch zu kriechen. Was sind die nächstens geplanten Projekte? Gibt es da schon ein Game, was du im Kopf hast? Liebe Grüße. Ähm. Oh. Projekte, die ich geplant habe. Da komme ich hoch. Ne, ich komme in den Tunnel, oder? Ich sollte in den Tunnel, glaube ich. Ähm. Also, es gibt ein paar Sachen, auf die ich Bock hätte. Aber es gibt jetzt noch nichts Fixes. Also, ich warte jetzt noch eine Salve ab und dann renne ich in den Tunnel. Weil, wenn ich hochrenne, der beschwert die abwechselnd. Hä? Ich hab's. Hä? Und jetzt bin ich stuck? Was? Oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, BA. Ruhe jetzt, Hanno soll einfach chillig-wissi zocken. Richtig, richtig. Huh! Oh! Ich hab ihn! Du dummer Ficker! Wirklich! Mach woanders deine scheiß Beschwörungskacke, Alter! Kämpfe mal selber, du Affengezücht-Titanit-Brockendrop! Der, haha! Dieser Bastard. Das war jetzt auch einfach wie ein Bossfall, find ich. Wenn man das vergleicht mit diesem Drachen, wo man da erstmal ein Rätsel lösen muss, ey. Aber jetzt nicht das krankeste Rätsel, aber... Der eine oder andere braucht da ein bisschen! Das ist vollkommen normal! Find ich. So. Ja, es ist echt ein Stresstest. Was ist das für eine Kathedrale, Alter? Streams sind ja ganz cool, aber dein Peak-Content war das Gothic 2 Let's Play. Finde ich überhaupt nicht cringe-weg, wenn ich das sehe. Okay, Brudi. Okay. Der, bist du eine Eintagsfliege, oder? Okay, aber... Sollte ich dich töten? Da ist ein Drache. Okay, also ich kann hier... nicht rein. Der hat da seine Luke. Und jetzt? Lass das Fest mal beginnen. Love you, Chad. Kleiner als drei. Digger. Na, da wurde ich gewarnt aber vor. Boah, ich spiel grad so entspannter. Ich merke richtig, wie ich nicht die komplette Gegend abscanne, bevor ich ein Schritt mache. So fühlt sich das an. Einfach mal... Einfach mal rein rennen. Ja? Gucken was wird. Oh. Digga. Moin. Läuterungsstein. Mhm. Das ist auch die neue Form von, äh, den Hampelmännern, die über ne Ecke hocken, ne? Diese kleinen Wichtel. Digga, jetzt kommt wieder Bibeleintrag. Oh, ne. Was wird? Was wird? Minus 40k. Die sind eigentlich easy. Ich brauch mich nur halt nicht immer so dumm hitten lassen. Okay, da geht's runter. Hier geht's lang. Blut. Sonst nichts? Man kann ja nur mal ein bisschen Lucky Lucky machen, ne? Ja, toll. Toll, toll, toll. Ey, ist aber wirklich ein großes DLC. Kann das sein? Das ist ja echt krass. Was ist das? Digga, wer ist er? Hier. Bin fast vergiftet worden. Hier, hör mal. Die Spinnenweben. Der kriegt aufs Maul. Schau. Ist aber keine schöne Gegend, find ich. Ah, wenn man an den rankommt. Aha. Dann geht das hoch, ja? Ist wie diese Vasen in Dark Souls 2. Okay. Aber entspannt. Entspannt. Das erinnert auch ein bisschen, wisst ihr? Es erinnert mich so ein bisschen an, äh, Halleck Tree. Was geht hier? Vom Weib her. Unglück wird benötigt. Mhm. Okay. Zeit für ein Duell. Habe ich nicht Hyper-Dings-Stans, wenn ich das mache? Flieg mal. Hm. Hä, 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 hä. Klong. Hä, 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 hä. Ich dachte, ich hätte diese Hyper-Stans-Armor-Dings, wenn ich so, äh, mach. Aber anscheinend nicht. Oh moin. Und, Annette, was sagst du dazu, dass es keine Strafen mehr gibt? Den hatte ich schon ganz verdrängt. Ja, ist angenehm. Ja, ist angenehm. Servus. Ja, ist angenehm. Ich hoffe, die testen mal Knabemals, Alter. Kannst du mal aufhören zu treten? Die Annette. Hä? Ihhh, Alter. Äh. Was ist das? Bro, heilt sich? Komm mal auf. Was ist er denn, Alter? Was ein Opfer? Digger, lauf auf zwei Beinen bitte, bevor ich dir irgendwie einen Napf hinstell. Ihhh. Das ist legit ein Affengezücht. Jetzt kriegt er aufs Maul. Digger, du bist so nervig. Wie viele sind's denn? Einen hab ich. Hahahaha. Ja, ihr wollt'n Tanz, ja? Ich bin ja nicht dumm. Digger, seid ihr die Danton-Glöckner von Notre-Dame, Alter? Ihr Fick-Opfer? Hier kriegst du den Arsch, ein bisschen Schwert. Scheiß Schildkröte für Arme. Entschuldigung. So. Wer faucht? Wer faucht hier? Da kam ich rein, right? Ja, da sind die Blümchen, war schönes Beet. So. Dann gab's hier oft die Fresse. Pumpas Fresse. Ich hör Steps. Ah, hier geht's runter. Aber ich könnte mich auch droppen lassen. Aber da ist kein Item drauf. Wir schauen mal, was wird. Nee, diese mittlere Höhe, da könnte ich mich runter droppen lassen. Naja, er schon wieder. Und der hat jetzt ein Speer- Ach! Wir machen ein Kombo-Attack. Ich verstehe. Ja, das geht nicht. Hm. Das ist ein Problem. Ach Mensch, schön. Jetzt hab ich mich ja in ne tolle Situation manövriert. Ja, wo ist er? Der ist mittlere Ebene, ne? Mensch, so macht das Spaß. Kann ja aufhören, seine Scheißringe zu beschwören. Da ist er. Wie springt man nochmal? So, Klaus. Jetzt unterhalten wir uns. Ciao. Und er kommt gar nicht hierher, ne? Äh. Da hinten ist er auf der Treppe. Oh Mann, hätte ich jetzt Spells. Zeit für tot. Hätte ich jetzt Spells. Oh, wait. Ich hab'n Bogen. Guck mal her. Nein! Hier! Guck mal hier. Hier. Nee. Ich glaube, es ist Zeit für Bogen. Wer nicht will, muss fühlen. Oh. Plunge Attack wäre aber auch saftig hier. Ich glaube, davon würde er sich auch nicht erholen. Ja. Bro ist tot. Ja. So, anyway. Okay. Hier ist ein Fahrstuhl, ne? Oder? Beichtstein. Wer braucht sowas? Wer, wer, wer braucht nen Beichtstein? War jemand von euch schon mal in ner Beichte? Also in so ner Kabine? Mit so... Und dahinter sitzt er und sagt, na mein Sohn. Krass. Und was habt ihr gesagt? Was war eure... Habt ihr gesündigt, Digga? Ey, was kommt da, Alter? Was für Mad Mowglis. Bei der Kommunion. Hab gekifft. Drei Morde. Digga, was geht denn hier ab? Die will... Na, du brauchst nicht reinkommen. Ja. Ach. Ja, wobei, wir können ein bisschen planschen. Hm. 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 Ja, ich wär auch sauer. Voll verarscht. Pulsa? Er rennt raus! Na gut. Dann fight ich den jetzt richtig. Lol, ich stagger den ja. Oder? Oh mein Gott, haut der zu. Mal hinter ihn, oder? Zwei. Drei. Boah, die sind knackig, ey. Die sind knackig. Nächster? Nächster? Hm. Was geht hier? Hä? Reden. Tamina. Hm? Tamina. Bla, bla, bla. Doch, ich komm jetzt rein. Warum drehst du über... Mach die scheiß Tür auf. Digga, ich hab keine Zeit. Da kommt dein... Boah, die drehen um. Okay, ich soll einen großen Drachen töten. Klar. Ist ja nicht so, als hätte ich das schon 80 Mal in Dark Souls 3 gemacht. Wirklich, wie viele Drachen mussten wir töten? So. Und die haben immer genervt, Alter. Richtig genervt. Schau, Jungs. Jetzt wird geplanscht. Oh. Mach die Arschbombe. Nochmal? Komm, mach nochmal. Ich plansch die einfach weg. Ich... Juuuuuuu. Und der... Ich... Fliege in ihn rein, Digga. Juuuuuuu. Juuuuuuu. Hey, ich stech ihn einfach in seine Großhörnrinde. Komm, hierher. Ich dachte halt, wenn er mich da so haut, mit der Hitbox sterbe ich am... Bist so ein Bastard. Komm runter. Hahahaha. Hih. Hier bin ich. So, komm her jetzt. Bitte. Bitte. Bro. Bro. Wie kann man so sauer sein? Hä? Du Opfer, Alter. Oh shit, nicht getroffen. Oh Gott. Anonymous spendet 5 Euro. Moin Heno. Kannst du dir vorstellen, auch wieder ältere Spiele zu zocken? Klar. Meine mich zu erinnern. Du feierst Robbenhut, die Legende von Sherwood. Würde das sehr feiern. Kuss. Ich glaube, es würde halt niemand zugucken, ne? Aber... Also, bei dem Beispiel. So, ich würde gerne da nochmal reinstechen. Jawoll. Das ist ja übel geil. Also ja, es steht seit Jahren auf meiner Liste gefühlt. Aber ich muss auch sagen... Ey, ich habe eine gigantische Liste... An äh... Spielen, die aktuell sind, die ich noch spielen möchte. Wirklich. Ey, allein Backpack. Ich will alle Charaktere auf Master bringen. Backpack Battles. So. So was. So was. Ballatro. Will ich komplett alle Achievements machen. Äh... Pioneers of Pagonia. Gegen Maurice. Mit Maurice. Oder sowas. Weißt du? Es... Keine Ahnung. Jetzt kamen so viele krasse Games raus. Jetzt kommen Männerlords steht vor der Tür. Dann das Game, was ich heute am Anfang des Streams meinte. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Äh... Hier, was ich noch gar nicht gespielt habe. Hellraiser 2, oder wie das heißt. Was ist eigentlich aus Backpack geworden? Was ist aus Backpack geworden? Ne, wie heißt das? Nicht Helldivers. Helldiver, nicht Hellraiser. Ja, mein Gott. Hey, ohne Witz. Ist der irgendwie... Ist der irgendwie... Lädt der noch auf YouTube hoch? Oder... Ja, auch... Und dann kommen noch so Sachen wie Terraria, Digga. Ganz ehrlich, ich bin so süchtig nach allem. Ich hab zu wenig Zeit. Immer noch. Ja, es gab Backpack Battles Full Release jetzt. Ja, ich hoffe auch dem geht's gut, Alter. Schon ein bisschen... Suspicious, ne? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der irgendwie... Ne, ich weiß es nicht. Kein Plan. Aber vielleicht hat's ihn dann auf Dauer doch nicht so zugesagt hier und dann... Ich mein... Ist ja okay, so. Ja, Demon's Souls, ey. Ich glaube, dass... Boah, weiß nicht. Sag mal, wo hab ich denn die Scheiße? Ich hab das alles verbraucht, ne? Dass ich Gift wegmachen kann. Hm. Äh. Oh, so'n Atze schon wieder. Ey, die würd ich so... Ich hätt' Bock richtig clean, die wegzuparrien. Zu parrien. Ohne Witz würde ich No Death Run machen, würde ich voll auf Parry gehen. Die RESPAUDED! Lamp Tidermine spendet 5 Euro. Bestes altes Rennspiel ist und bleibt Need for Speed Mose Wanted von 2005. Ich verarschen. Keine Diskussion. Ohne dieses Spiel, wie würdest du als... Ich kann grad nicht! Willst du mich verarschen, alter? Aber die passen hier nicht durch, oder? Doch. Äh, ich, ich guck's mir gleich an. Passen die hier durch? Oh, ich bin so dankbar, dass ich dieses Schwert hab. For real, for real. Oh, Digga, labert mich alle nicht zu? Bestes als Rennspiel ist und bleibt Need for Speed Mose Wanted von 2005. Keine Diskussion ohne das Spiel. Wie würdest du als Creator heute heißen? Dragen Raider. Ja... Ja, also... Da ist was dran, Digga. Also mein Nickname vor Hand of Blood war Dragen Raider. Dragen mit E, nicht O. Dragen. Und dann nicht Raider, also Reiter, sondern Raider. Digga, wer schießt da oben? Ne, ach komm. Das ist unfair. Dragen Raider gründet in einem Paralleluniversum Instinkt 4. Oh Mann, ey. Okay. Ripp Dragen Raider. Hahaha. Oh mein Gott, ich bin wieder hier. Okay. Erstmal kurz nen Happen essen. Okay, die respawn da unten. Oh, jetzt komm ich erst mal wieder in diese Ka-Kapelle. Okay, die respawn da unten. Und diese Schildkrötenmenschen. Ich hab das Gefühl, ich bin grad kurz vorm Ziel gestorben. Also hier, ne, Spawnfire und so. Ach, da geht's ja auch noch runter. War ich gar nicht. Outplayed, son. Oder doch, hier war ich. Oder? Doch, hier war ich. Oder? Jetzt, wo Dark Souls bald durch ist, wollte ich mal fragen, wann kommen wieder die LOL-Facts? Klassiker. Der, der stinkt so wie du. Hm. Okay. Wie spielen wir die Kirche? Ja, für nix. Also, müssen wir durch, wa? So. Servus. Ein. Okay, der war nix. Den haben wir. So, komm wieder raus aus deinem Krüppelhaus, Digga. Du Opfer. Schau. So, dann. Jo, haben wir. Moin. Na, clean bisher. So, dann den Typen vielleicht skippen, einfach raus. Oder? Oder? Yu-Gi-U. Synchro-Beschwörung. Interessierst du dich eigentlich für die Formel 1? Anyway, how is your sex life? Ah, der war's glaube ich nicht, Bruder. Oh, der hat kassiert. Doppelt kassiert. Der wird komplett durch die Valhalla geschleudert. So. Jetzt die Oschis. Äh, wie machen wir das? Wir machen erstmal die Jungs hier oben weg. Hier war doch einer, oder? Ja. Boah, schöne Vor- und Rückhand. Oh, hier lag noch was. Ach, da hinten war noch einer. Okay. Ach, guck mal, hier geht's auch noch lang. Ja, dann gehen wir erstmal hier lang. Oder? Der hat doch Bock. Hauptsache, die kommen nicht mal zu zweit, ey. Aber so wie ich... Oh Gott! Dig. Ey, 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 ey. Der kam dann doch sehr schnell auf mich zu, nicht wahr? Oh, ist auch manchmal so ein bisschen laggy. So ein bisschen low framerate. Ja wirklich, manchmal hab ich hier übelsten Framedrops. Leute, es sollte Dark Souls 3 ne negative Bewertung geben. Auf Steam. Sucher der Ausgestoßenen. Sucher der Ausgestoßenen. Mhm. Wo ist er denn? Digga, denkst du, ich seh dich nicht? Ja. Und dann. Ok. 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 Ach cool, ja, du machst ja, du machst ein bisschen Schaden, ja. Der macht ein bisschen Schaden. Wolfsring 3? Drei? Drei! Warte mal, wieso... Hä? Ich kann ja viel bessere Rüstung anziehen. Ne, kann ich nicht. Ach, ich bin ja dumm. Schick. Wir haben halt deutlich mehr Poise, aber... So, das war's hier, ja? Äh... Ah, da geht's noch weiter? Ah, die haben schöne Beete hier mit... Was ist das, Lavendel? Ja, ne? Toll. Ich hab auch tatsächlich aktuell echt Bock auf Fortnite und League. Also jetzt mal ganz unabhängig von den ganzen Games, die ich noch zocken will wegen mal gezockt haben. Ich hab wirklich Bock auf Flex Queue oder auch Solo Queue meinetwegen. Und Fortnite. Fortnite hab ich auch übel Bock, ey. So ne Scheiße. Das hier zu sprinten. Das... Ne. Okay. Dacht schon. Jut, dann... Ja, also Flex Queue mit... Was ich vorhin auch mit Bröki meinte. Bröki, Kutscher, Botlane, Mitte, Freddy, Top, Tolkien. Ah, ich glaub, Tolkien hat for real einfach für nichts Zeit. Also Tolkien muss casten. Digga, wer ist er da links? Erstmal kriegt er ins Gesicht. Das ist doch gottlos. Hier karts. Ach du Scheiße. Für Gooby Fortnite hau ich meine 40k raus. Ich hab so'n Problem. Aber es nur gibt, oder? Ist nicht Insta-Death. Doch. Die hindern... Oh mein Gott. Mit Vertigo in der Off-Season wär auch nice. Die hindern einen daran, da durchzurennen. Man muss... Folklieren. Oh mein Gott. Boah. Das ist aber wirklich räudig. Oder schön den Valorant grint mit High-Elo-Berater Hanno. Ja, Valorant. Das hab ich mir heute witzigerweise auch gedacht. Ich glaub, ich würd gern mal mit euch in Valorant reingehen. Solo-Queue. Um zu gucken, wie die Leute auf meiner Elo spielen. Falls es überhaupt geht. Und dann halt daran Improven, so. Auf demselben Level. So, dann komm mal her. Ach. Ich hab Dings vergessen. Das ist crazy. Okay, okay, okay. Jetzt reicht's. Also erstmal kriegt der Bastard hier ne Rückhandschelle. Dass der mich jedes Mal hittet, ist gigafrech. Ciao. So. Dann. Der Typ, der hier irgendwie runter droppt. Du kannst dich mal wirklich in den Arsch ficken lassen. So, was passiert da hinten? Der rennt, der flitzt weg. Der rennt immer weg. So, dann. Hau ich dem Jungen auf die Fresse. Dodge. Stich. Nicht? Ah, gut. Eintragen ist in Ordnung. Ah, nee. Ich hätte ja den hier machen können. So. Jetzt sind wir am Start. Jetzt kriegt der Typ aufs Maul. Aber der muss jetzt sein Schwert nicht dringend anzünden, finde ich. Nee, aber okay, du willst. Interrupted. Leider keine Ausdauer mehr. Ja. Zack. Der hat... Wer bist du denn? Der hat seine Rüstung gedroppt. Die Typen erinnern mich voll an den Endboss. Lol. Das ist bestimmt in PvP eine sehr beliebte Rüstung, weil die cool aussieht. Diese ganzen Opfer. 70,01? Äh, 1? Woher? Ah, ich hatte eine andere Rüstung, ne? True. Welche hatte ich denn jetzt? Die? Nee. Die? Auch schick. Mal ein bisschen agiler aussehen. Das hat... Nee. Oder? Das. Ja. Aber ich sehe gerade, da sieht man ja voll Hals. Das scheiße. Es gibt halt echt so viel krasse Rüstung. Hm. Maschallah. Ist einfach Yu-Gi-Oh-Charakter? Tja. Vielleicht doch wieder Käpt'n Schnitzel? Das ist die Frage, ne? Das sind aber auch Pranken. Das sind aber auch Pranken. Hm. Auch schick. Ja, dann machen wir irgendwie so. Und dann ziehen wir den Leggings an, Junge. Zack. Fertig. So. So. Jetzt konzentriert weitermachen. Ah! Oh Gott. Ah! Alter! Aber reagiert. So. So. Jetzt die scheiß Kathedrale. Eins. Der verkriecht sich. Der auch. Weg. So. Hanno stößt zum ersten Mal in seine Grenzen. Wat, Digger? Bei Valorant. Da. Da bin ich an meine Grenzen. Hört jetzt mal auf, mich abzulenken, okay? Kann ich mich bitte jetzt auf mein Videospiel konzentrieren? So ne Scheiße, Alter. Dass man da aber auch so runterglitscht. Das ist schon. Das machen diese Feinheiten. Dass man da so runtergrutscht dann. Und dass man da wenig Platz drauf hat. Das machen die mit Absicht. Schwöre ich euch. Die da oben. Ja. Ja. Wie der so wegreitet. Machen wir mal so, wa? So. Jetzt machen wir den. So, dann eh hier. Aber ich merke auch schon, also wirklich. Wie ich, also ich zocke viel entspannter. Aber dadurch natürlich auch. schon unkonzentriert da. Oder. Ja, da trade ich jetzt einfach. Ähm. Also weniger fokussiert auf jeden Fall. Ich muss halt nicht mehr um meine Mutter schwitzen. Oh Gott. Hennus Grenze spendet 5 Euro. Moin. Jo, danke Hennus Grenzen für die 5. So, kann ich jetzt hier bitte weiter Videospiele spielen? Ey, ich muss Kevin fragen, wie man das ausmacht. Situativ natürlich. Oh, ohne Witz? Ist ja nicht. Also. Das kam jetzt out of nowhere. Kevin ist offline. Das erklärt alles. Ey, dann. Lol. Oh, man kann die da rausboxen. Unterstützt du auch mal kleine Streamer? Raide mal Lattensep. Digga, der Typ raidet nie. Kann das sein? Oh Gott. Drogenrede spendet 5 Euro. Mein Tram-Auto ist ein Smart 4-2. Meiner auch. Selten. Ja, aber ich dachte, also. Mir fällt einfach auf, dass viele Leute nicht raiden. Also gerade größere Raiden nicht. Und das ist für mich was komplett Neues. Weil ich habe ja früher immer viel gestreamt. Also so vor, ja, länger als 4 Jahren her. Hatte ich ja, nee, actually 2 Jahre. Vor 2-3 Jahren. In der Zeit davor habe ich ja regelmäßig gestreamt. Und da war es immer so, dass man immer, wenn man offline geht, raidet. Irgendjemand. Ich glaube, er meinte, er hat mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, aber dann raide halt Leute, die du kennst, oder? Ich meine, ist ja niemand gezwungen zu raiden. Um Gottes Willen. Nur, es war einfach für mich wirklich was komplett Neues. So, das gehörte einfach im... Oh, der kommt böse. Digga, der hat mich geprehittet. Krass. So, da fraide ich rein. Viele mögen keine Raids bekommen. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ganz im Gegenteil. Manche Leute raiden, andere tragen Raider. Digga, erinnert ihr euch bei meinem ersten Dark Souls Stream oder so? Da habe ich doch einge... Oder zweiter, dritter. Da habe ich so einen kleinen Dark Souls Streamer geradet, der irgendwie fünf Viewer hatte. Das war für den einfach... Hat das die Welt bedeutet. So, für mich war das ein Klick. Und für ihn, der hat das tagelang in Erinnerung, so. Das war einfach übelstes Highlight. Stell dir vor, der hat übel das Scheißleben oder so. Und dann widerfährt ihm das und es pusht ihn übel. Für einen Klick, so. Oh Gott. Der AEK0S-Spendet 5 Euro. Hast du nochmal für Risen 1 zu spielen? War mein absolutes Lieblings-Let's Play von dir jemals. Risen 1 war actually wenigstens noch cool, ne? Danach. Also Risen 2 und 3 ist wirklich scheiße, man. Hat so wehgetan, das zu spielen. Also leider wirklich. Digga, die Atzen, die, die finde ich am nervigsten. Wir sagen Dankeschön 50 Jahre, die Flippers. Wir sagen Dankeschön 50 Jahre, die Flippers. Anonymous spendet 5 Euro. Die 1970er C3 Corvette sieht ziemlich schnucklig aus für einen Oldtimer. Ja, aber ich google jetzt nicht. Mann. Pass auf, ich lasse die vorbeigehen und springe nicht links runter. Weil rechts entdecken die mich immer. So, jetzt, pass auf. Scheiße. Aua. Marvin, was soll ich sagen? Jetzt, also, Little Merkel, Mutti Merkel und Merkel wurde geskippt. Es geht jedes Mal um die Europawahl. Krass. Gnas, ehrlich, Familienkombi, bester Wagen. Fem geht vor. Ich komm definitiv einmal öfter an, als die Verrückten. Hast, by the way, da echt einen coolen Typen gefunden mit dem Raid. Der streamt seitdem für 27 Euro durchschnittlich und ist echt witzig. Lörke da auch ab und zu rum. So. Ich glaube, es ist halt, also, du wirst halt mit Twitch auch nicht, äh, ach, weil immer der Link zur Europawahl, glaube ich, drin ist. Ich glaube, auf Twitch wird man auch so nicht mehr groß von alleine. Weil, wie? So, wie sollen Leute auf ein, ne? Wie werden Leute auf ein aufmerksam, auf Twitch, wenn man jetzt einfach mal, also, alleine nicht. Hä, man startet einen Stream und dann hockt man da ganz, 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 ganz unten mit einem Viewer. Hä? Wie soll man da groß werden? Du musst halt erst auf YouTube oder so groß sein. Und dann machst du die Transition oder TikTok oder so. Einfach diff spendet 5 Euro. Also, meine Traumautos sind ein Ford Mustang 65 Baujahr oder ein Greenlight Chevrolet. Ja, aber das habe ich vor einer vierten Stunde gefragt, Digga. Ist jetzt durch. Bla, bla, bla. So. Wenn er sticht, ist nice. Sind die Ziegen eigentlich noch zu haben oder wurden die nun verkauft? Rea Ziege. So. Irgendwas wollte ich gerade machen. Anzahl Tode hoch. Wie viel? Ein, oder? So. Oh Gott. 1 A. Gute EAA spendet 5 Euro. Anyway. How is your sex life? So mal zu Dark Souls. Wie läuft es eigentlich? Siehst du das Ende schon? Ja, bald. Also, ich sehe. Ich sehe. Kann man nicht genau um... Dinger fucking Schilfröte, ey. Geh sterben. Oh Gott. Robin spendet 5 Euro. Moin laden Sieb. Schöne Pope brennen Sie. Hä, ist der nicht online? Geht doch bitte wieder zu ihm. Der ist nicht online. Oh nein, Alter. Das erklärt halt alles, ihr kleinen Madmowglis. Boah, bin ich froh, dass ich nicht Kevin bin, Alter. Diese, ihr Wichser. Naja, ich bin jetzt hier Kevin-Waterraum für euch, wa? Ja, komm, gebt mir euer Geld. Oh nein, Ziegen. So, was macht er da? Oh Gott. Ryan Cooper spendet 5 Euro. Was hältst du von meinem Wagen? Dem BMW M3 GT-R E46. 4 Euro Effekt spendet 5 Euro. Wunderlies hat sich Jinx mit im Duffy Team. Ich was hier. Angekümmern dann das C von Caitlyn und 6 von 6 nehmen. Dich, ja, schauen Kevin nicht nur Kinder? Ihr habt doch gar kein Geld. Das war jetzt sehr Gatekeeper, I know, aber... Wirklich. Deswegen hat er auch 40.000 Subscriber oder so, ne? Papa schon. So, jetzt lasst mich mal die Stelle jetzt bitte konzentriert spielen. So, wir gehen jetzt erstmal hier nach. Jetzt lassen wir die erstmal kommen. So, jetzt verzieh mich erstmal, damit der eine hinten in seine Luke geht. Wie spielt man das? Also, die respawnen. Aber man muss sie killen, damit man einmal vorbeikommt, weil da sind die Typen mit dem Gift. Wobei man die auch instant cleanen kann. Ohne zu sterben. Das habe ich ja rausgefunden. Okay, da kommen die Jungs. Den hinteren könnte ich versuchen zu erwischen. Oh Gott. Den einfach so machen? Jadner spendet 5 Euro. Man springt dann macht STSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTST TTE? Die spawnen, wenn man da runterkommt. Oh Gott. Anonius spendet 5 Euro. Jo, Benno, hau rein. Die spawnen, wenn man da runterkommt. Digga, ist hier ein Zirkus? Zina spendet 5 Euro. Diese Nachricht geht raus an meine Freundin Hanna. Ich liebe dich. Oh Gott. Ziege, 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 Ziege. Hallo Kevin, kannst du bitte live gehen? Ich halte es nicht aus. Es kotzt mich an. Geh bitte live, mach endlich deinen scheiß Job und lass mich mit deinen Kackviechern in Ruhe hier. Danke, over. Und danke für die Donuts, Jungs und Mädels. So. Der ist der Nächste. Aber faire Hitbox. Oh Gott. Hake 2203 spendet 5 Euro. Digga, da kommen die nächsten. Du hast zwei Projekte mit dem blonden Arsch gemacht, also bist du jetzt seine Vertretung und grüß bitte Captain Scheiße von Einstein Dems. Mit dem blonden Arsch. Ah, da muss ich jetzt die andere Brücke glaube ich nehmen, damit ich die... Hanonis spendet 5 Euro. Zwergziegen sollten mindestens zu zweit, besser aber zu dritt gehalten werden. Ist das so? Da oben hängt der nächste Bastard. Hallo. Der kommt nicht. Jetzt. Oh Gott. Ruhestörung spendet 5 Euro. Polizei ist auf dem Weg. Nachbarn sind schon übelst genervt. Der Zug ist abgefahren. Du bist... Du bist durch und spielst. Passt so weit. Oh Gott. Lattenziege spendet 5 Euro. Diese Ziegen finde ich immer besser. Im Balkan darf man damit doch verkehren oder nicht? Frage für einen Freund. Tragenrede spendet 5 Euro. Moin Leute. Morgen 18 Uhr neue Folge Dota 2 Facts. Kuss Ehren mehr Geschmack. Dota 2 Facts? Trust. Oh Gott. Besser als hier 5 Euro zu lassen für Ziegen, Alter. Das ist halt wirklich so cursed, Alter. Was ist das für ein Stream? Oh Gott. Jetzt kommen wir wieder Beyblade Hannes, Alter. So, aber was ist denn hier? SSE. WBE. SSE. WBE. SSE. WBE. Wo ist das nächste Scheiß? BONFIRE! Melon spendet 5 Euro. Gut ist bestellt, danke Hanno. Wo kann ich die Ziegen abholen? Würde gern 3 haben. Brauch spannend auch. Ih, das ist die Mami. Jäger, wo ist nett, Alter? Ih, alter Ejakulation! Säge, Lupe Zigarette, Säge, Lupe Zigarette, Säge, Lupe Zigarette, Säge, Lupe Zigarette, Säge, Lupe Zigarette. Irgendwann muss ich das zocken. Aber... Ich hoffe, hier geht's zum Bonfire. Meint ihr, die lässt mich einfach durch? Nee. Digga, ist das disgusting. Meine Afte ist langsam weg, das ist die gute Nachricht. Jaaaa! Oh Gott. Das war der beschissenste Abschnitt in Dark Souls 3 bisher, glaube ich. Ähnlich wie diese, wie in Dark Souls 2, diese Area mit diesen Vasen, wo alles dunkel ist. In diesen Räumen. Weiß nicht mehr, wie es hieß, aber das war ähnlich scheiße. so lag das an uns nein ihr lasst mich vollkommen kalt jetzt mal ehrlich wer ist hier weil kevin nicht online ist hand aufs herz kleine wichser aber witzigerweise wenig first time messages was macht er eigentlich gerade ich glaube gerade bei ihm oder so was ist das für eine ich habe ein ganz ungutes gefühl muss ich sagen wer ist das wir schauen mal was wird ne oh ja 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 anonymes spendet fünf euro auf wisch gibt es ein weifes kissen von dir direkt bestellt auf eine kuschelige zocker entspann okay es ist so ein beschwörer typ das ist jürgen sag hallo jürgen hallo jürgen hallo jürgen wie ficken wir den bastard den arsch wir machen erstmal die ads das ist immer das wichtigste wir machen erst die ads wo ist annette ja das ja das hey wir haben ein tik tok einfach Annette uuuu master race ich renne mal hier rüber Ja, das habe ich nämlich gesehen aus der Ferne. Ich glaube, man kann links einfach an ihm vorbei rennen, oder? Oh. Danke, Skyroom. Danke, danke, danke. Skyroom ist nett. Nee, kein Ejakulat, bitte. Oh. I shall party. Lol, der redet, oder die? Wurde jetzt nicht Gender-assumen, aber vielleicht haben die auch gar keins. Vielleicht sind das so selbstbefruchte. Oh, Alter, diese kleinen Kackpriester, ey, wirklich. Ihr seid solche Pissgesichter. Digga, drei? Hier. Friss scheiße. Ja, blöd. Von mir soll er auch was haben. Und hier ist der Luftblatt. So. Ach, da oben ist noch so einer. So, was geht hier noch ab? Oh, Gott. Oh, Gott. Hennus Aftus spendet 5 Euro. Mit der Kohle von den Mad Muddys kannst du dir eine neue Grafikkarte für Dragon Dogma holen. Jo, true. Würde ich die Kohle davon bekommen. Aber das geht alles schön in die Gehälter. Oh, Gott. Platten Content spendet 5 Euro. Du solltest es mal mit einem blonden Knecht in viel schwerer durchspielen. Wäre guter Content. Mit einem blonden Knecht. Gibt es Dark Souls 3 Coop-Mod? Weiß das wer? Würde mich mal interessieren, Alter. Bestimmt, oder? Müsste eigentlich. Wobei... Man darf auch nicht unterschätzen, dass es hier ältere Technik ist. Na klar, safe. Ja, aber wisst ihr es? Oder vermutet ihr es? Oh. Moin, Herbert. Oh, wer ist er denn? Der könnte gefährlich sein. Locker klingt halt so wie geschätzt. Okay, Platibor, haut rein. Aber ist der gut? Oder ist der rough eher so? Weißt du, wie ich mein? Weil, das wäre auch ein Projekt, was sich lohnen würde. Oh Gott. Dark Souls Coop-Mod spendet 5 Euro. Jo, ich bin Stimpf. Oh. 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 Mensch, die Rüstung. Cool. Cool. Ey, mal spontan. Frostfalten. Ehemaliger. Digga, was machst du hier? Jetzt mal ehrlich, was macht der hier? Ich hab ne Blitzwaffe, das wird nix. Ich hab ne Blitzwaffe. Oh Gott. Tennis Psychische spendet 5 Euro. Valakrise. Digga. Hallo. Was ist mit ihm? Lass mich in Ruhe. Digga, er ist hier einfach ein normaler Gegner. Ein Boss. Ey, gut, dass ich ein Bier hab. Das hast du nicht zu verurteilen, wo andere ihren Urlaub verbringen. Digga, achtet doch wenigstens auf die Grammatik. Was ist denn los bei euch? Wo ist denn hier mein tolles Schwert? Da. Ist das höchste Stufe? Ja, ne? Stufe 5? War, glaub ich, höchste Stufe. Ja. Tja, damit könnte ich ihn versuchen. Mit acht Trinken. Aber warum sollte ich ihn machen? War da irgendwas? Generell auch der Typ da oben mit seinem Riesenhammer. Was soll das? Das ist ja crazy. Grammatik nix diese. Ja, ist echt so. So, Fräulein. Ach, Schild kommt auch noch hinterher. Oh Gott. Melen spendet 5 Euro. Ich bin Schweizer. Ich kenne die Skramatik nicht. Ach, Scheiße. Digga. 99 Schaden. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Oh. Wann ist hier endlich mal Frost? Jetzt. Ist das alles? Du kleiner Bastard, ich ficke dich und deine Eltern. So, den musste man auch safe aus no reason machen, einfach nur, wenn man die Rüstung von ihm haben möchte oder so. Lol, hier liegt eine Titanitschuppe, wie wichtig. Das ist einfach nur, weil die es können, den hier als normalen Mob reinzubrettern, Alter. Das ist doch pervers. Das ist echt pervers. Der macht ja auch keinen Sinn. Null. Der chillt hier. Diese scheiß Rüstung. Da drüben liegen noch 100 Kaselen von dir? Wo? Achja, beim Beschwörer. Ja, scheiß auf die, oder? Hm. 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 Lohr halt. Ja, Ficklohr. Gut. Da müssen wir wahrscheinlich hin, ne? Ja. Ja, machen wir diesen Beschwörer-Typen? Wenn ja, wie? Mit dem Turmschild. Die Bogenschützen blocken, bis die weg sind. Es gibt ja ja auch keine Deckung. Der latscht da einfach rum. Der, der ist da ja einfach nur. Oh Gott. Käpt'n Motto spendet 5 Euro. Lotesbüme hab' ich dich genannt, als die rote Sonne in Japan versank. Riecht das ab. Schatz voraus und dann springen wird benötigt. Genau, hier springe ich runter. Guck mal, da stehen sie. Die Herren vom Dienst, Alter. Aber wie viel Tode hab' ich denn, wenn's nicht stimmt? Hm. Welcher fehlt denn? Bei welchem Tod? Ich muss da jetzt safe rein, oder? Oh Mann, ey. Die mit dem Schwer sind ekliger, als die mit dem Schwert, find ich. Entspannt. Cool, macht Spaß. Höh? Der fliegt nicht? Wieso fliegt der nicht? Digga, ich hab' keinen Trank mehr. Alter, wie's Klong macht, ey. Tja. Ich hab' keinen Healing mehr. Was mach' ich jetzt? Digga, es war auch wieder for no reason, oder? Ja, aber hinterm Kloster hier geht's, geht's weiter. Man muss einmal durch. Soll ich mal durchrennen? Ich hab' eh keine Wahl. Ich könnte zurückrennen und mich einmal hinsetzen. Ähm, aber... Scheiß drauf. Ich renne jetzt hier durch. Soll nicht alle ficken gehen, würd ich. Oh, hier lang. Höhöhöhöhöhöhö. Wir wollen Mie dir. Wir wollen Mie dir. Wir wollen Mie dir. Wir wollen Mie dir. Was ist Mie dir? Bro, da ist ein Dach gelandet. Und deswegen mag niemand Drachen. Ich geh' immer auf Klo. So. Und deswegen mag niemand Drachen. Also, wenn wir mal ehrlich sind. Lord's Ringed City. Ich wollte nur kurz sagen. Wenn wir mal ehrlich sind. Da, wo ich gerade gestorben bin, da hätte ich einfach durch hinrennen können. Die Ringed City ist ein Geschenk von Gwyn an den vierten Lord. Der kleine Hässliche aus Dark Souls 1, der die Dark Soul hat. Er ist aber... Es ist aber eher ein Gefängnis, weil Gwyn Angst hat, dass die Dark Soul zu stark wird. Deswegen hat auch die Dark Soul den Ring auf Fire drumherum. Also, ein Kreis wie die Ringed City ein Kreis ist. Pfeifert. Sind das jetzt 76 Tode? Ja, okay. Hä? Ah, hier. Zack. So. Ich renne jetzt einfach durch. Kommt man da hoch? Hm. Also, ich sehe jetzt nicht, wie ich irgendwie... Warum ich nicht durchrennen sollte. Den Typen da hinten habe ich gemacht. Der Typ hier suckt Balls? Oh, jetzt ballern die auf mich. Pew, pew, pew. Bitte lasst mich in Ruhe. Oh, jetzt kommen sie. Der spammt das jetzt auf mich. Kann... Wow, hier kommt der Typ mit der Keule. Gerade ist Schwert... Irgendwas? Wow, 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 wow. Wir wollen doch nicht gleich so... Da ist n' Item. Rechter Arm des Predigers. Cool. He-he-he. Ja, Mensch. Ja, mei. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, servus, grüzi. Kann einfach durchrennen. Ist alles scheißegal. Der Typ ist scheißegal. Der ist nicht egal. Ejakulationsfliege. So, jetzt kommt Media und den... Ja, was mach ich da? Hockt der da wieder? Oder ist der jetzt... Der hockt da wieder. Ja, wo verkriech ich mich? Hier hinterm Stein oder so? I don't know, Alter. Da rein, schnell! Shotcut? Oh! Poggy! Jaaa! Wichtig. Okay, cool. Alles resettet. Bin stolz. Lasst erscheinenden Sumpf und dann versuch Nachahmung. Zauberei wird benötigt. Cool. So, ist Papaplatte live? Okay. Wie? Also... Kommt ein Vöglein geflogen. Oh Gott. Setz dich wieder. Oh Scheiße! Als drei gefreut. Lebs. Wo ist er? Oh nein. Oh nein. Ich hab's gedodged. Digga, der hat mich fast runtergeschubst. Ich hab's gedodged. Ich hab' einmal ne Rolle durchs Feuer gemacht. Wie krank war das? Wie krank war das? Ich wusste gar nicht, dass das geht. In irgendeinem Dark Souls. Ist das ein Zeichen? Vielleicht geht das in Zukunft. So. Ich bin durch. Der Wichser kann mich mal! Alter! Was ein Loser. So, was geht hier drin? Geile Bude. Ja, das ist doch sauer. Muss ich gegen den? Mhm. Oh Gott. Anonymous spendet 5 Euro. Da gibt's ein Secret, wo man nun Verwandlungszweig braucht, um sich in ne Menschlichkeit aus DS1 zu verwandeln. Dann kommt da so ne Leiter. Da bei... Wo ich vor der Wand da stand? Wo stand hier Zauberei benötigt oder so? So, irgendwo war jetzt hier ein Invade. Digga. Ist ja scary, was die hier an Damage machen. Sag mal, das erinnert mich aber auch an Dark Souls 1. Oh. Yo! Ja, cool, dass ich darauf auch reagieren kann. Ich hab halt Glut nicht. Ja. Ehhh! Ehhh! Augenbinden-Maskel. Mhm. Mhm, 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 mhm. So, nächster. Das ist doch bestimmt auch aus Dark Souls 1 hier wie die... Da, wenn man über den Friedhof geht am Anfang und dann weiter und so. So, hier bin ich durchgebrochen. Okay. Wie heißt das nochmal? Katakomben. Right. Katakomben. Oh. Oh. Ja, hier geht's nicht weiter. Und jetzt? Oh Gott. Finanzamt spendet 5 Euro. Guten Tag, Herr Knabe. Wir würden uns gern über Ihre heutigen Einnahmen im Zusammenhang mit Ziegen unterhalten. Bitten um Rückmeldung. Ja, macht feines bei uns dann. Ah! Nee. Hä? Ach so! Das geht! Okay. Soll ich hier springen? Oh! Mhm. 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 Der hier sieht alles gleich aus. Geht... Da geht's doch noch hoch, ne? Mhm. 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 Also, oben drauf sitzen Drache. Bin ich da richtig? Scheiße. Sehr enger Raum. Hat mich fast gegrabt. Okay. Ring des bösen Auges. Digga, warum find ich hier Ringe plus 3? Ich hab noch nicht einmal ein plus 2 Ring gefunden. Aber der war fucking easy. Da ist ein Skelett. Zerschellt. Komm wieder hoch. Okay. Ja, jetzt, jetzt bringen wir mal ein bisschen Ruhe ins Spiel. Hier ist wenigstens wieder... ...ein halbwegs... Hä? Hoppala. Ole! Das ist wenigstens mal wieder playable alles, ey. Wie lang ist dein? Du weißt schon. Kleiner Finger. Das ist jetzt so gottlos scheiße, ey. Hehehe. Jetzt bin ich wie... Ne, hä? Ich muss hoch. Ich muss gar nicht runter. Ich muss hoch. Geil. Hä? Äh? Untertitelung des ZDF, 2020 Cringe erkämmt Ausgang Das ist halt echt so, ne? Scheiße, was machen wir jetzt, Digga? Mann, ey, das 80% vom Game ist eigentlich Knobeln So, was will das Spiel von einem? Was ist die Lösung? Zugeschlagen, bitte Leitung 2 offen Der, wie riesig ist dieses DLC? Also, ich kann schon mal sagen, einfach reinrennen ist nicht die Lösung Man könnte da drunter droppen, aber ich habe total die Orientierung verloren Da ist die scheiß Kathedrale Da, da kam ich hoch, ich bin jetzt eine Etage höher Wenn ich mich runter droppen lasse, bin ich wieder am Anfang Da durchspringen Da durchrollen, durch den Jetzt kriegst du aufs Maul, Digga Hat der Leben? Hm, vielleicht sollte ich weiter Vielleicht Wow Vielleicht sollte ich weiter rennen? Digga, er ist von Yu-Gi-Oh! Kranke Scheiße! Digga Klatsch den, hä, der hatte keine Lebensanzeige Wie kommt man da hoch? Ach, das ist kein Item, Digga Nee, er denkt auch als Main-Charakter Ey, jetzt mal ehrlich Kann man den weg machen? Er ist auch weg Er ist eh weg Da haben sie noch Items Ja, aber jetzt ist er weg Gut Jetzt zu dir Mein Gott, ey Das ist aber auch Also gefühlt Ey, dieses DLC ist crazy Gefühlt gibt's hier ja keine Atempause Ist das ein Zeichen? Ne, ne, das ist es nicht Na klar, Digga Ring-Ritter-Zwillings-Großschwert Vallejambul Dicker Fass Hä, warte mal Also geht nicht, weil Digga, das ist ja kranker Schweinekram Crazy Ist so schade, dass man so kranke Waffen so spät im Game dann erst bekäme Wenn man drauf gehen wollen würde Ritual-Sperr Ich finde hier auch so viel Stuff Hoppala Also generell, ne, so viel Stuff Ah, wir können da so viel Knochen noch verbrennen und Scheiße und so Und Asche abgeben, glaube ich Aber was war das gerade? Ritual? Irgendwas War das ein Ring? Ein Speer Generell, hier sehr viele Waffen Ne, auch die hier findet man so spät im Spiel Hanno, den Drachen muss man machen Wenn du zurückgehst, kommt der Mhm Okay Notiert Hier Drang, Doppelsperr Ich weiß gar nicht, woher ich das alles hab Ey, ist das krass So Was? Lass mich rein, Digga Ah, es war ein Verbrauchsgegenstand eines Alts Hätte ich nur Geschoss Na komm, probieren wir mal Schauen, was wird Ich, Judikator Argo, shall deliver thee justice Speer of the Church Digga Stoß den Rücken Er hat beschworen gerade, ne Digga, er ist gleich tot Er ist tot Er ist tot Oder? Digga, was geht denn hier für eine Party jetzt? Wer ist der links? Da ist ein Spieler? Äh, lebt noch Wieso ist das ein Spieler? Hä, nein Hä, ist er der Boss? Speer der Kirche? Du willst mich verarschen? Hä? Haha Da habe ich den ersten Hit Gehittet Gehittet Digga, und er kriegt jetzt hier Unterstützung Die ihn heilen, oder was? Was ist das denn? Digga, I can't Jaaaa Oder? Da dachte er nicht, dass ich da hingucke, Digga Aber ich habe schon in Ellenring mehr PvP gemacht, als ich gepisst habe In deinem Leben Ja, komplett easy Was ist hier? PvP, PvSchmäh, alter Wer von euch war das? Hä? Hä? Aber wie ist es möglich? Also wie ist es möglich, dass man als Spieler rein scheunt und dann der Boss ist? OMG war der kacke Ja Ja gut wäre der nicht, aber Aber Ich meine Kann doch jeder versuchen, der Spaß daran hat Hab den Part auch nicht verstanden, to be honest Offline ist das eine NPC Also Offline ist das ein NPC, okay Hey Leute, beleidigt den mal jetzt nicht rein! Nachdem ich gebrüllt habe, dass ich mehr Pils als er, naja, gut, ist auch egal Okay Okay, also mal wieder ein First-Try-Boss Aber ist das dann über einen Eid? Es gibt ein Eid, wenn du ihn anhast, wirst du automatisch als Boss beschworen Oh, wird man auch dahin teleportiert? Digga, wir schreiten voran Okay, und ihr sagt, ich soll jetzt zum Drachen, ja? Geh nochmal zum Drachen Ähm Wie viel ist noch? Weil das war jetzt der Zweite Boss Noch zwei Bosse? Really? Es gibt vier Bosse in dem DLC Oh, ich hab sehr viel Seelen Oh Gott MQP spendet fünf Euro Du hast ihn zwar gefickt Jetzt wirst du gefickt Klar Ich überlege halt, ob ich jetzt durchziehe Niemand fickt den Ficker Okay Ich überlege halt, ob ich jetzt durchziehe Aber wenn das jetzt noch zwei, drei Stunden dauert, habe ich keinen Bock Aber ich will's auch eigentlich Aber ich will's auch eigentlich Also for real Es macht grad Bock Und ich will's aber auch wirklich hinter mich bringen Also ich will jetzt nicht noch ein Stream Dark Souls spielen, wisst ihr wie ich meine? Wer steppt hier? Du hast dich übel verraten, du Bastard Weil du nicht dein scheiß Maul halten konntest Dieser Trottel Dieser Trottel Let it rip Ey Ich hatte neulich ne Idee Wie geil wäre Ein YouTuber in Beyblade Turnier Mit richtigen Beyblades Fänd ich geil Wär übel witzig So mit Commentary Ich glaube es wäre deutlich unspektakulärer als man denkt Moin Tatsache, der hat Leben Ah scheiße Huh Ah scheiße Und jetzt zieht er vorbei Zack Okay, check Nur einmal hitten Oh Da hätte Respekt Respekt haben Jetzt zur Seite Hauen Okay Easy Habe ich ja jetzt schon raus Den Bastard Und das ist Der soll krass sein Oh, was ist das? Hat ein bisschen gehippt? Hat ein bisschen gehippt? Ja, der Safe-Spot Zwesie 03 spendet 5 Euro Da du den brachen Boss sonst nie findest Du musst während der Fahrstuhlfahrt mal deine Augen offen halten Ich versteh grad nichts Checkt ihr's nicht? Oh 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 He deaded? Da kriegst du ne Schelle, du Bastard, Alter Aber der Aber der Es sind B2, B2, Bosse Nur noch easy Keine 2 bis 3 Stunden mehr Okay, nice Aber Ich hab nur gesehen Da war ein Fitzelchen Restleben Das hab ich gesehen Das hab ich gesehen Der war noch nicht ganz tot Das hab ich wohl gesehen On fire On fire Da du den Drachen Boss sonst nie findest Du musst während des Fahrstuhlfahrt einmal deine Augen offen halten Welcher Fahrstuhl? Was? Hier oder was? Der hier? Hab's gesehen Wir wollen nie dir Wir wollen nie dir Ja, ja, ja Ja, ja Ist ja gut Ist ja gut Aha 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 Oh Oh mein Gott Ach du Scheiße Ist das krank So Auf den hab ich keinen Bock Es tut mir leid Ich hab auf dich keinen Bock Es tut mir leid Oh ich Oh mein Gott Ich dachte grad Es geht richtig weit runter jetzt Moin Zurück zum Fahrstuhl Dicker Ist das jetzt so relevant, ja? Weil sonst wär's crazy Backseat Gaming Zurück zum Fahrstuhl Ja Alter Alle hibbelig Ja sonst verpasst du einen Boss Bestimmt in nem Raum da hinten, oder? Da war verdächtig wenig Das dachte ich mir schon Als sie in dem Raum stand Aber ich dachte mir Hm Ja vielleicht Ist der ja auch einfach nur Vielleicht ist das jetzt Hm Leute, ihr geht zu weit mit dem Backseat Gaming Das geht zu weit Ist okay wenn ihr mir ein paar Tipps gebt Aber jetzt irgendwie zurück Da ist ne Hidden Wall Und dann Das geht nicht Ihr könnt das nicht bringen Das Was mach ich jetzt? Okay, wo ist der Boss ungefähr? Über mir Das war nicht Sinn und Zweck, Hanno Du hast geglitscht Ach was Really? Okay Ist bei der Weiner Strat für Speedrunner? Das glaube ich Ja genau, genau der Ach was Ne, er hier, ne? Ist das ne Strat für Speedrunner? Zu glitschen? Also so außerhalb der Map zu sein? Wirklich? Musst leider nochmal neu anfangen Wir haben gesagt Das wird ein Blind Glitchless Run Bitte Neustart Also bei Speedruns Die glitschen aus der Map, ja Das ist ja krass Das wusste ich gar nicht Digga, ich finde tausend Items Ganz ehrlich From Software Eine Ein Feature In Dem nächsten Game von euch Bitte Filtern nach neustes Aufgenommenes Item Bitte Ein Reiter Neustes oder zuletzt Aufgenommenes Item Es kann doch Nicht so Scheiße schwer sein Digga Rein nach dem Aussehen Kannst du in Dark Souls Nicht sagen Was das ist Alles, guck mal Das ist unter Schlüssel Irgendwelche Handwickel Irgendwelche Handwickel Hab ich jetzt aufgenommen Alter Digga, wie soll ich das finden? Da war es schon Cool Das Cool Es soll ich das finden? Ist gut, wenn ihr sagt Da war es schon Anstatt welcher Reiter Ist auch scheißegal So Digga, was ist das? Das geht aber weit runter Moin Bro, das alles hinter nah Das alles hinter ner Illusionsmann Scheiße, ich hab keine Glut genommen, ne? So Oh, da ist die fette Sau So, wenn ich über Drachen eins gelernt hab Dann immer auf den Schwanz Und immer hinter die Denkt an den Oder, oder Kopf Aber denkt an den Drachen auf der Terrasse Warum rennst du weg? Darf ich mal? Bro Jetzt schön auf den Schwanz Oh Nein Nein Ah Schön auf den Schwanz Okay, wenn er sich aufstellt Macht er das Dann muss ich einfach weiter nach hinten durch rennen Und jetzt schlägt er mit Ah, wieder Okay Bis da, wo der Schwanz den Boden berührt Und dann macht er den Und schlägt mit dem Schwanz um sich Darf ich mal? Darf ich mal? Hallo? Ich wollte einmal durch Jetzt habe ich ein Problem Nee, geschafft So, und jetzt habe ich ein Problem Wenn er Feuer spalt, right? Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, nervt das Ist er auf allen Vieren Jetzt macht er den Feuerding Ah Ah, scheiße Oh What the fuck Auf den Kopf? Nee Immer schön durch, Freunde Auf den Schwanz Okay Doch Ich weiß nicht, ob die Taktik aufgeht Hm Nee, guck mal Also Jetzt einmal auf den Kopf Nee Oh, was ist das? Die ist neu Die Attacke waren neu Wo, 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 wo Wo, 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 dranbleiben, dranbleiben Ich glaube, ich sollte auch immer einmal auf den Kopf hauen Wenn er schon so dumm vor mir steht Die Fickfresse Wo, wo. Wo Oh, oh Gott. Nee. Hund durch. Auf den Schwanz. That's how we talk. Bro. Ah, okay. Hm. 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 Oh, Klima aus. Also, ich glaub... Oh Gott. Weil die spendet 5 Euro und weil es ja nix kostet, die vierte, braucht kein Refund, ist halt wohl mein Name, der das Problem ist, gibt's halt schön Bierchen auf meinen Nackengruß. What? Check ich nicht. Ich hab die Dome überhaupt nicht gecheckt. Media ist der schlimmste Boss von allen. Hm. Also, erstmal, ich brauch das... Leuchtfeuer, äh, Dings da oben. 77. Drache zu leise. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der jetzt... Crazy schwer war. Ah, ja. Sehr gut. Wie mir dir, so ich dir. So, hier, ne? Ja. Okay. Wie random ist dieser Bossfight? Das ist ja kranke Scheiße. Dicker, wenn man das ohne Internet spielt. Also, auch ohne YouTube-Videos und so, man findet den ja einfach nie. Das ist ja krank. Aber Blitz... Weiß nicht, also... Auf... Also, Schwanz und Fresse, weil, finde ich... Ich glaube, ich muss immer mal wieder doch auf die Fresse hauen. Oh, fuck. Oh, fuck. Jetzt habe ich, glaube ich, gute Zeit verloren. Wow. Ich glaube, ich sollte immer durchrennen. Guck mal. Jetzt macht er seinen Feuerrat. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Jaa.. Oh, Gott. Ich muss mal deinen Schwanz schlagen, oder? Oh, Gott. Ah. Ich muss mal deinen Schwanz schlagen, oder? Da kann man durch, da muss man durchrollen können. Okay, der ist ein harter Brocken, glaube ich. Ey, wo er... Okay. Es nervt. Würde das nicht immer mich erwischen, würde ich so weniger Heal brauchen. Damit play ich immer ultra. Okay, ich muss eigentlich resetten. I mean, ich kann nochmal practice. Das war der Schwanzschlag. So, jetzt renne ich wieder durch. Fallen hieb. So, jetzt stellt er sich auch für Feuer. So, und das hittet... Okay. Fallen hieb. Und jetzt stellt er sich hoffentlich auch für Feuer. Sehr gut. Und hier kann ich sicher hitzen. Aber nur 200. Zwei... Hup da, Digga. Mach da Feuer atmen. Das ist so frustrierend, wenn man einen Drachenschwanz nicht trifft. Okay, die Fresse ist es halt. Also, wenn ich auf den Kopf treffe, mach ich halt doppelt so viel Damage. Das ist krank. Oh, dass ich da nicht treffe. Okay, wie? Okay. Nee. Durchrennen. Schwanz. Als Renner. Hinterher, hinterher. Nicht zu... Ey, man muss immer dranbleiben. Der hat gescheppert. Oh Gott, dass der mich immer so trillt. Das ist die schwerste Attacke, finde ich, zu dodgen. Der darf nicht hin. Der weiß ich auch nicht. Aber passiert, wenn er mich mit der Kralle hittet. Ja. Jetzt üben wir nur noch zu dodgen. Hup. Oh, okay. Was macht der? Was macht der? Hehe. Aber ich glaube, das ist der Plan mit dem Durchrennen und Aufenspanz. Oh. Du bist ja eine linke Sau. Der ist halt mega random. Jetzt stellt er... Genau. Zwei Krallenschläge into... Also in die Fresse kloppen ist halt literally insane. Aber er hält halt so viel aus. Er hält so viel aus. Okay, aber vump. Und dann vump. Ich bin noch mal überlegen. Und Leute, die Midiir ohne Rennen und Rollen machen. Also easy, Boss, oder? Absolut. Ich bin am überlegen, ob vielleicht meine Waffe scheiße gegen ihn ist, weil ich mach halt crazy wenig Damage. Schiere, die Dame vom Anfang hinter der Tür sagt einem übrigens, wie man zu Midiir kommt, nachdem er die Brücke runtergefallen ist. Sie hat einen anfangs auch damit beauftragt, ihn zu töten. Oh Gott. Weil die spendet 5 Euro. Hab jetzt 5 mal gespendet. Kam irgendwie erst einmal an. Hatte die in der ersten Dono ne Frage zu nem Festival gestellt. Mein Nickname wird anscheinend vom Programm geblockt. Schau auf die Donos mit Wald am Anfang. Bro, also lieber Waldi, ich wette, ich sehe auf den ersten Blick jetzt nicht, wie viele Donos da sind und ich sehe da drei Donos von dir und die sind alle ohne Inhalt. Nur, wo ist meine Dono abgeblieben, blockiert, wegen Namen oder was? Gibt's nen Refund? Du kannst alles refunden auf PayPal. Mach das einfach bitte, wenn du irgendwie unzufrieden bist. So. Jetzt ist die Frage, bleibe ich bei der Waffe? Aber ich hatte schon das Gefühl, ich glaube, der hat einfach nen riesigen Health Pool. Einfach alles dodgen, so wie immer. Aber der Fight dauert ja Jahre. Und ab und zu aufs Gesicht. Vor ihm bleiben? Oh, I don't know. Wenn er den Feueratem auf den Boden macht. Das war jetzt immer ein guter Anhaltspunkt für mich. Kann ich ihm einmal vor Free in die Fresse haben? Okay, am Anfang macht er immer die Attacke. Jetzt steht er auf. Nee. Oh, einfach den. Ach, scheiße. Wie soll man den erahnen? Das finde ich crazy. Dieser Ansturm auf einen. Und jetzt macht er den. Okay, genau. Immerhin eingelandet. Okay. Nochmal. Einmal in die Fresse. Freutiger. Hau bitte nochmal zu. Danke. Danke. Richtig. Richtig. So, jetzt dranbleiben. Und er atmet. Ich hätte da gerne vertikale Schläge, Digga. Jetzt. Ein, immerhin. Oh, Digga. Oh, shit. Ey, ich hab'n Dreh raus, glaub ich. Oder? Huh? Wo kommt der denn jetzt her, Bro? Hey! Hey! Ich will durch, 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 durch. Bro. Ich hoffe, mich zu slappen. Komm auf die Hinterbeine. Mashallah. Okay, wenn er, ich seh's jetzt, wenn er's Maul aufmacht. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Oh. Nein. Sick de lahn. Woo! Okay. Und atmen. Ich hab den so studiert, Digga. Ach, Scheiße. Höh, nochmal? Bro, du bist kacke. Und atmen. Und atmen. Atmen Sie, Hermidia. Atmen Sie. Was jetzt? Phase 2, Digga. Oh, Wallabila. Jetzt bist du hässlich, verstehe. Atmen. Du machst also genau die gleiche Attacke? Haha, atmen Sie, Hermidia. Atmen Sie. Einmal ins Gesicht, bitte, ne? Holy Shit. Bro, ich bin... ...in God-Gamer. Ah, Shit. Jetzt habe ich ein Problem. Doch nicht. Jetzt atmet er. Schön aufs Beinchen. Höh? Wo! Wo! Bro! Bro, bleib bei mir. Nein. Nein. Bro, kommt eine Ass-Random-Attacke auf einmal. Wie hat er die ausgelöst? Okay. Ich glaube, mein Gameplan war... ...sehr smooth. Weil... ...ich werde da nicht getroffen. Also, hands down, der letzte Try war ja insane. Ich hab dann einfach nur... ...ich wurde dann einfach nur off guard erwischt von der Fähigkeit, die ich noch nicht kannte. Aus Phase 2. Ähm, dementsprechend, man könnte jetzt probieren, einfach nochmal... ...also, einfach nochmal. Einfach nochmal rein. Nochmal Gas geben. Aber, was ich auch versuchen könnte einmal... ...wäre... ...findet ihr das eigentlich so rechteckig? Oder... oder... ...das ist halt weniger vom Bild halt... ...verdeckt, ne? Das frage ich übrigens jetzt. Aber nur mal am Rande. Ich frag mich das selber immer. Aber gut. Äh, was man auch probieren könnte, ist, dass man einfach vor Midir steht... ...und mal guckt, was dann passiert. Weil... ...ähh... ...sein Kopf ist halt... ...also, ich mach ja doppelt so viel Damage auf seinen Kopf. 400 Schaden. Ne? So, wo lang war denn das nochmal? Achja, man musste abspringen. True. So, Glut. Wir können ne Wette machen. Genau. Sind eigentlich Mods da? Ansonsten benenn ich jetzt welche. Hahaha. Wer will denn... Ah, Puzzle. Sehr gut. So. Ja, Seelentau, du wärst auf jeden Fall ein Kandidat. Bin ich ehrlich. So. Knight me, my lord. Okay. Uns kann auch heute nix passieren. Weil... Ich kann Donation Alerts muten. Hm... Ich bin am Hebel. So, Abfahrt. Ich würd' mal... Ah, ich hab vergessen den Buff zu machen. Aber ist nicht so schlimm. Ich würd' mal versuchen einfach vor ihm zu fighten. So, der rennt ja jetzt auf mich zu, right? Das macht der immer, ne? Kann man dann... Sollte man dann einfach seitlich... Ja. Ah, jetzt brutzelt er. Okay. Ah. Oh. Wo macht der drei? Jo, das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Playstyle, sag ich mal. Oh. Okay, ich will mal gucken, dass ich vor ihm bleibe. Scheiße. Boah, ich glaube, vor ihm ist Kacke. Aber man macht halt so viel mehr Damage. Und ich glaube, ich darf nicht anriefieren. Jetzt dreht er sich um, dann kann ich ihm in die Fresse hauen. Okay. Ja. Immer nur ein Hieb. Immer nur ein Hieb. Das Feuer. Und drauf. Also von vorne geht... Au. Fuck. Holy shit, Digga. Kurz Yu-Gi-Oh geworden. Aber... Das braucht auf jeden Fall noch einen Try, weil ich habe jetzt nur noch sechs Tränke. Ich muss mich jetzt erstmal wieder neu eingrooven. Ja. Ja. Falls... Oh, shit. Oh, fast tot. Ich bin so greedy. Hahaha. Oh, vier, fünf? Oh. Hm. Dort stehe ich. Ach, scheiße. Was ist das? Ach so. Ja, okay. Und eine. Ach, scheiße. Nee, also... Aber... Ich glaube, nächsten Try habe ich ihn. Bin ich ehrlich. Ein bisschen... Nee, okay. Okay, okay, okay. Aber... Jetzt bin ich wach. Jetzt sind wir wieder da. Ich glaube, von vorne ist besser. Weil am Ende alles dodgen. So wie vorher auch. Ich brauche nicht mehr immer zu seinen Schwanz rennen und ihn da durchprügeln. Er ist nicht so schwer zu dodgen. Ach so, tot mehr. Er ist nicht so schwer zu dodgen. Das geht. Das geht klar. Ach ja, da war ja was. Und ich bin falsch gelaufen. Und er hat ein Item fallen gelassen. Oh, lol. Die droppen einfach blitzender Edelstein. Nein. So. Hier. Und hops. Zack. Also allein diesen Boss zu finden ist ja so beschissen, oder? Wer hat den als erstes gefunden? Wer war der erste Mensch, der diesen Boss gefunden hat? Das ist doch crazy. Soll ich die Healing mitnehmen? War das wer von euch? Ich. So, Abfahrt. Also, wir spielen ihn schön von vorne. Ah, Glut. Wir haben nur noch eine. Dann müssen wir jetzt mal langsam ruhen. Schöne. Hab ich, hab ich, hab ich. Scheiße. Hä? Was ist das für ne Attacke? Okay, ich hau jetzt jedes Mal. Nur einmal. Okay? Ist mir scheißegal. Okay, die Attacke ist vorhersehbar. Wenn man halbwegs gehören hat. Oh, das wär so lustig gewesen, wenn Donny all deine Blut verkauft hätte, als du auf dem Klo warst. Versteh grad nix. Versteh grad nix. Sorry. Und von oben. Nicht? Okay. F*** mich in den Arsch. Dodge Stich Pico Steady. Dodge Stich Pico Steady. Dodge Stich Pico Steady. So ne Scheiße. Ich muss ihn immer, ich muss immer kurz warten, bis er wieder zur Mitte zurück rotiert mit dem Kopf. F***. Bauer Ewald spendet 5 Euro. Ich habe wieder 3 Ziegen im Angebot. Hat jemand noch gedacht? Ich mute. Okay, den geb ich dir. Den geb ich dir. Hahahaha. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt seid ihr gemudelt, ihr kleinen Wichser. So. Warum eigentlich? Im Moment. Bauer Ewald. Papa Platte ist ja live. Und da ist sogar dieses Red Bull Event. Das gucken ja gerade alle. Warum bist du hier? Das macht keinen Sinn. Aber danke für die 5 Euro. Und Lemon Haze. Danke für die 5 Gifted Zabs. Ich hasse Sport. Hahaha. Ja. Gut. Jetzt ein Punkt. Aber musst du ja nicht selber machen. Ich bin übrigens heute Level 50 geworden im WoW. Und ich habe schön, äh, Alchemie und Kräuterkunde gelevelt, Digga. Ähm, ich habe hier schon bei der neuen Fraktion das PvP-Set mir gekauft durch Ruf. Also, es rennt. Obwohl ich streame. Äh. So. Und ich bin gerade sehr am Schauen. Ob nicht vielleicht in Path of Exile reinzugucken nicht doch etwas wäre. Ich bin gerade sehr am Schauen, ob nicht vielleicht in Path of Exile reinzugucken nicht doch etwas wäre. Ich deinstalliere gleich. Hahaha. Okay. Und draufhauen. Oder? Jetzt so. Da gehen sogar zwei, oder? Oh. Oh. Manchmal haut er da schnell. Holy shit. Jetzt wieder Mitte. Zack. Und drauf. Ach Gott. Ich roll rein. Ah, okay. Ohne Glut ist auf jeden Fall, it's something, Alter. Da bin ich zu früh und tot. Ich überlege, ob ich einfach einmal zum... Oh, zwei Tode. Also, es ist deutlich gefährlicher, vor ihm zu fighten. Aber... Also, deutlich gefährlicher. Aber... Man macht halt sehr viel mehr Damage. Hm. Also, die Safe-Variant wäre auf jeden Fall wieder auf sein... Also, das war ja easy. Da hatte ich ihn ja quasi. Also, er konnte ja nichts machen. Hm. Hm. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich vor ihm... Ey, Digga, wenn ich da drin bin... Verkaufen, ne? Genau. Also, wenn ich da jetzt seine Rota kenne... Und das ist alles easy dodgebar. Ich bin nur noch unkonzentriert. Dann ist er easy. Ashen One. Wie viele Stunden hast du inzwischen in Dark Souls? Steht das hier? Ah, ne, das steht hier, ne? Fast 60. Also... Was würdet ihr machen? Vor ihm fighten oder hinter ihm? Wo muss ich hin? Ich glaube, hier. Vor ihm. Das Ding ist, hinter ihm dauert der Fight halt 80 Jahre. Aber man muss halt immer nur... ...dem Schwanzschlag dodgen. Eigentlich. Okay, wie viel haben wir jetzt? 18. Ja, massig. Im Prinzip ist der Boss tot. Ich glaube, meine Waffe ist auch eigentlich ganz gut gegen den. Also... Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, der hat einfach... ...insane viel Leben. So, der Try ist es. Kann man noch irgendwas rausholen? Feuerresistenz vielleicht? Vielleicht... Ich glaube, ich bin good to go. Jo. Das könnte ich mir einschmeißen. Also erstmal das. Dann... ...one-shottet der mich nicht mehr mit einer Combo. Oh, das hat nicht geklappt. Naja. Ja. So. Jetzt habe ich dich, du dumme Sau. Habe ich Bossmusik? Nee, ne? So, machen wir deinen Feuerscheiß. So, der tat weh, ne? Und jetzt haue ich dich einmal. Egal, mach nix, mach nix. Siehste. Hä? So, bisher keine gefangen. Keine gefangen. Alles gut. Jetzt habe ich mir eine gefangen. Macht er nach vorne? Nee. So, jetzt wieder in die Mitte. Einmal hinten. Und er beißt. Und hinten. Nevermind. Jetzt einmal hitten, wenn er wieder in der Mitte ist, oder? Ah, okay. Dann kommt immerhin schneller. Scheiße in den Arsch! Okay. Okay. Einmal hinten. Fuck. Fuck, Alter. Hahaha. Die Attacke ist übel. Jetzt leckt es. Hey, es ist halt wirklich so viel sicherer hinter ihm zu fighten. Ich denke immer, das ist dieser Schwung an Feuer von der Seite. Achso, was ist das? Achso. Achso, was ist das? Den muss ich lernen, zu dodge. Sonst habe ich ein Problem bei dem Fight. Guck mal. Und die Attacke auch. Die frisst man alle nicht. Jetzt schlägt er mich mal in die Pfad. Die frisst man alle nicht, wenn man seinen Schwanz bespielt. Ah, da macht der immer den schnellen. Nee. Digga, ich kanns doch eigentlich besser. Schwanzschlag. Das wird sehr schwer jetzt noch. Mit drei ist es einfach. Ich sollte, glaube ich, hinter ihm. Aber, vielleicht sollte ich auch nicht aufgeben, alles zu dodgen. Guck mal, jetzt weiß ich doch, wie er läuft. Ich muss diesen Laserstrahl, den muss ich dodgen. Jetzt kommt der schnelle. Nee. Und jetzt macht er nochmal. Nee. Okay. Einmal hauen. Geil, danke. Nee, das sind die gleich schnellen. Und jetzt nach vorn. Nee. Okay. Ach komm, da kannst du... Jetzt kommt der schnelle. Und noch ein schneller. Und nach vorne fallen lassen. Und jetzt bin ich da. So, Freundchen. Und jetzt beißt er zweimal, Digga. Und Feuer. Und danach kann ich heilen. Ich würde den Laserstrahl gerne nochmal dodgen können. Scheiße. Feuerdings. Und... Das müsste eigentlich häufiger kommen. Weil danach ist immer Free Hit. Schneller Schlag? Nee. Okay. Jetzt kommt der schnelle. Und nach vorne. Und da kann ich ihm auch zwei geben. Jetzt kommt Phase 2. So, was machst du jetzt anders? Beißen. Danach kann ich heilen. Ach, Scheiße. Okay, aber... Ich glaub so langsam habe ich ihn. Oder? Digga, mach die gleiche Attacke direkt nochmal. Das ist krass. Aha, die. Okay. Renn, 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 renn. Und der schnelle. Schnell. 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 Und letzter. Das sind die langsamen. Was ist das? Das ist es. Das hat mich letztes Mal gekillt. Das hat mich letztes Mal gekillt. Und Explosion. Okay. Okay. Gut, wir haben uns entspannt. Was ist das? Okay. Wieso nur 200? Das war der schnelle. Ah, schade. Aber jetzt habe ich ihn. Safe. 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 Der nächste Mal. Der nächste Mal. ist es safe. Also das Schwierige an dem Boss ist eigentlich eher sein Health Pool, finde ich. Weil an sich die Attacken, die sind ja dodgeable und vorhersehbar. So. Ihr habt ja gemerkt, das Muster war irgendwann voll drin. Der Laser. Der ist übel. Der kam auch immer so selten. Deswegen kann man den schwer praktischen. Aber an sich so. Es ist halt einfach ein Damage-Race. Versteht ihr das? Ausdauertest, Boss. Ja. Und man braucht halt Disziplin bei dem auch. Also vor allem, wenn man so eine fette Waffe hat wie ich, Alter. Da darf man echt nur einmal zuhauen. Es sei denn, er stürzt sich so nach vorne. Dann kann man zweimal zuhauen. So. Ich nehme jetzt auch mal das... Also erstmal das hier. Wie findest du den Boss? Ich finde den cool. Ich finde den sehr cool. Ich finde die geil inszeniert. Die Mucke ballert. Übrigens, ich habe manchmal das Gefühl, die Mucke ist ein bisschen leise. Ja. Guck mal. Ähm. Ich finde geil, wie es zu dem Bossfight kommt. Also man begegnet dem ja schon vorher im DLC und so. Schwarz-Fraß-Media. So. Mach mal Feuer. Du Affe. Den kann ich ihm direkt eigentlich mitgeben. Schnell. 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 Und... Nach vorne. Da kann ich ihm eigentlich zwei geben. Schade. Da kann ich mich heilen. Und wenn er zur Mitte kommt, kann ich einmal draufhauen. Jetzt kommt er zur Mitte und einmal draufhauen. Sind die langsam irgendwie? Warum war der jetzt langsam? Naja, ist ja egal. Und einmal drauf. Schneller. Schnell. Und nach vorne kippen. Und er fliegt weg. Ne, er setzt zurück. Hä? Ich dachte, er wäre staggered. Krass. Ich dachte, er wäre staggered. Krass. Ich dachte, er wäre staggered. Schade. Kann der Boss was? Nicht so, oder? Irgendwie kann der Boss nichts. Feuer. Ach, scheiße, Bruder. Das ist das Laser. Nee, doch nicht. Doch. Jetzt hat er mir ganz schnell mal vier Tränke weggehauen. Da kann ich ihm zwei dafür geben. Hä? Kein Laser, bitte. Zweite Phase. Explosion. Neun Tränke. Alles entspannt. Schade. Ich bin in den Laser gerollt, ja. Nein! Ich habe wieder daneben gestoppt. Ah. Hehehehe. Du kleiner Kahver. Mach deinen Feuerscheiß auf den Boden. Du Affengezücht. Ich ficke dein Leben. Das ist ja langsamer. Was darfst du? Oh. Okay. Das ist so ein Schwanz. Ah. Mach eine normale Attacke. Boden. Ah. Arschloch. Ich will mal sein... seine Zehnkitzel. So. Nochmal. Ja, ich hab ihn. Nochmal. Junge, 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 Junge. Schlag mich. Oh. Digga, Digga, Digga. Digga, was ist das? Das ist eine neue Attacke. Jetzt springt er nach vorn. Digga, zwitt ihn doch nicht. Hyper, Hyper! Nee, wir machen ruhig. Beißen, Beißen. Zuhauen. Oh. Letzter Tod, oder? Schau, du Wichser. Du eklige Fickpresse! Let's go! Oh, Speere der Kirche. So, wer hat mitgezählt? Wie viele Tries waren das? Sieben. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn Dodge, Stich, Dodge, Dodge, Stich ist bei mir. Fünf? Oh, das geht ja! Fünf geht ja! So. Ah! Und das ist jetzt wahrscheinlich auch einfach Sackgasse. Nee, ist sonst nix. Dahin sind noch ein paar Seelen. Nee, nicht heute. Ich meinte jetzt auch letzte Folge. Letzte Folge hab ich ja auch so schon zwei, drei Tries. Fünfmal Rad der Quallen jetzt. Imagine. Ich glaub auch so sieben, acht Tries. Fünf heute, okay. So. Wir gehen da hin. Und ich setz mich mal hin. Schöne, solide Zockung. Schöne Zockung, oder, Chad? Hier, äh, 23 Grad draußen. Eisgekühlter Louis Hamilton. Ey, habt ihr dieses, ähm, Vertigo-Bild gesehen? Leifi-Papa hat dich lieb. Leifi-Papa? Was ist Leifi-Papa? So, wir nehmen Fahrstuhl. Ey, habt ihr von Eintracht Spandau dieses Bild gesehen? Von Vertigo, wo der so auf dem Sofa hockt? Nee, auf dem Sessel so richtig schön. Ah, ich sollte vorher einmal leveln. Ja, ist nicht mehr so wichtig, ne? Aber, ja. Wenn man schon hier 150.000 Seelen hat. Leute, wir werden übrigens heute, ähm, wenn wir mit Dark Souls durchkommen sollten, wovon ich schwer von ausgehe, ähm, werden wir in Backpack-Battles mal wieder reinschauen. Da kam ein Riesen-Update. Also ist jetzt schon so ein Monat her. Ähm, kam Full-Release. Mit zwei neuen Charakteren und jeweils irgendwie nochmal drei neuen Unterklassen pro Charakter. Auch die alten. Super viele neue Items. Mega geil. Ich hab schon privat ein bisschen angezockt. Ähm, da würde ich gern ein bisschen reinballern. Touch the vagina. Then touch the vagina. So, was machen wir denn? Damage, oder? Rein. Ashen One. Let's have some sex. Let's have sexy time. Ashen One. Den könnte ich mal ausprobieren. Und natürlich den. Insgesamt 16 Neuklassen. Ja, ist halt insane. Ist halt so insane wie der Ashen One. So. Filianore, Digga. Was war jetzt Lifey? Das hab ich nicht gecheckt. Naja, ist ja auch egal. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt nur noch ein Boss, right? Und das muss ja der Endboss vom DLC sein. Sprich, ein noch heftigerer Boss eigentlich, oder? Vom Schwierigkeitsgrad. Guck mal, das sieht auch schon fast sehr nach Finale aus, muss man sagen. Der coolste Boss kommt jetzt. Nee, nicht wirklich. Joa. Der Endboss von Dark Souls in general. Oh, oh, Leute. Wir haben ja von Midir. Kennt ihr Midir, ja, ne? Wir haben ja hier die Seele und so. Bosswaffen vielleicht. Mann, 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 Mann. Ist aber unkonzentriert heute. Beziehungsweise nicht unkonzentriert. Ich bin einfach, ich glaub, ich bin einfach gerade sehr hyped auf den nächsten Boss. Weil ihr meinte letzte Folge auch, dass so Back-to-Back-Boss-Fights jetzt sind. Ergo müsste ja da jetzt direkt anstehen. Hallo, Eddie, was geht? Ich glaub, so ein No-Death-Run in Dark Souls 3 hätte ich übel Bock. Also, ich werd's jetzt nicht direkt im Anschluss machen. Ich glaub, da wird ein bisschen Zeit noch vergehen dann. Achso, ich hab keine Seelen, right? Ich hab keine Seelen. Warte mal. Hier. Altes Mondlicht. Schwert des alten Mondlichts erhalten und angreifen. Okay. Aha, ne Waffe. Schöne Waffe. Ja. Abgenutzte Klinge. Dunkelheit-Damage. Geht krass auf Geschick. Die einst exquisite Klinge ist heute schwarz und am Griff verschlissen. Sie wird weit zerfallen. Nimmt der Haltung. Angriff der Schockwelle über Erde jagt. Okay. Ist bestimmt so eine heftige PvP-Waffe. Das Ding. Auf das Ding hätt ich Bock mal. Das hab ich in nem anderen Run gesehen. Ich mein, als ich schon ein bisschen weiter vorangeschritten war in Dark Souls 3, hab ich natürlich auch mal nach rechts und links geguckt. So was andere machen. Natürlich nur bis zum Grad. Obvious. Äh, obviously. Also, da war ich schon jetzt sehr weit fortgeschritten. Und ich hab da jetzt auch nicht ins Ende reingeschaut. Ähm, aber einfach mal um zu gucken, wie so andere Builds wären. Weil das ist für mich so bei allen From Software Games eigentlich das geilste. Wie vielseitig, äh, man das Spiel spielen kann. Also unabhängig jetzt vom... Auf welches Attribut man geht. Nein, halt auch wirklich konkret die Waffen mit ihren speziellen Fähigkeiten. Aber auch natürlich Spells, Buffs. Whatsoever. Ja, und Sekiro ist das halt nicht, right? Bei Sekiro ist das einfach nicht so. Das ist viel weniger Roleplay-Game, right? Und... Also, ne? Da spielt man halt einen scheiß Katana. So, fertig. Wer ist sie denn? Maschallah. Und deswegen fand ich Sekiro immer nicht so... ...verlockend. Gar nicht wegen Schwierigkeitsgrad oder so. So, was geht hier? Moin. Servus. Umschlungene Schale berühren. Ey, die lebt ja. Soll ich sie schlagen? Soll ich sie schlagen, Leute? Tochter von Gwyn. Mhm. Boah, die hat aber heftiges Make-up, Digga. Ich weiß nicht, ob du das anfassen solltest. Sie schläft ja gerade vielleicht. Ja, jetzt haben wir den Salat. Du Vollidiot! Bist du Blöde! Du dumme Sau, du! Ja, und jetzt wird sie wach. Auch noch aufgewacht. Da müsst ihr alle mad machen. Ne? Ihr müsst dann... Ihr müsst dann auch... Oh, oh, warte. Oh, ne, war nur ein Kleiner. Was macht ihr jetzt aus dem Haufen Scherben? Sandkuchen? Bro, was jetzt? Andere Dimension? Nuklearbombe? Aha. Ei. Oh. Digga, du hast Wüste gemacht, du Vollidiot. Weil du die Schale angefasst hast. Deswegen, Leute, was lernen wir daraus? Ja, was lernen wir daraus? Sagt mal, was lernen wir daraus? Ja, scheiße. Keine Eier angreifen. Oma töten. Frauen anfassen gleich Wüste. Aha. Don't touch my Schale. Gut. Was geht jetzt hier ab, Alter? Was ist er denn? Warte mal, hab ich da jetzt... Wie ist denn das mit Leuchtfeuer jetzt? Ah. Na. Schau mal. Oh, da geht's auch raus. Achso, nee. Man muss sich ja auch hinsetzen, ne? Oder war es nur bei Dark Souls 1? So, Junge. Ey, seit... Ich hab wirklich Trauma von dieser Scheiße, ne? Man berührt das, geht weiter, stirbt, ist im Meppen Süd, weil man sich nicht hingesetzt hat. Alter, so eine Scheiße. Oh, da hinten ist irgendwas. Oder irgendwer. Ist das jetzt direkt nächster Bossfight? Aber wer kommt jetzt? Digga, wer kommt er denn? Junge, wer kommt er denn da? Opa töten? Tutorial vorbei. Diggi, ist das dein Laden gewesen, ja? Der wurde jetzt hier nukleartechnisch weggesprengt. Ist aber wirklich so, als ob hier ne Nuke eingeschlagen wäre, oder? Bro, bitte. Kann ich ihn anvisieren? Nö. Was ist denn mit dir, Diggi? Ist das der Vater? Ist das Gwin? Mann, diese ganze Scheiß-Lore! Störbt! So. Nee, halt die Fresse jetzt. Hat er was gedroppt, wenigstens? Come on, useless piece of shit, Alter. So, ich muss weiter. Weil in Dark Souls rennt man, bis was kommt, was einen töten will. Und dann tötet man es. Das ist Dark Souls! Arschlecken, Vater, Sohn, Mutter, dieses Gebiet, Herrscher, Aschen. Äh, wir sind Hüllen. Nee! Du rennst und tötest! Fertig! Danke für die 5er Subbombe, Digga. So, und den machen wir weg. Zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was du kannst. Ah, der ist delayed, okay. Boah, dann machen wir auch gut Schaden an ihm, wa? Ich dachte, der wäre staggert. Ah! Der lässt einem also auch viel Pause. 300 Schaden. Spring mal, spring. Spring, 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 spring! Ah! Ah! Digga, ich mach keinen Schaden. Ist der irgendwie blitzimmune? Ich mach wirklich keinen Schaden. Phase 2, Alter? Äh, oh! Ist der aber ein Flummi? Wallabila! Ich bin tot, oder? Das ist bestimmt so ein Finisher. Und weggeschmissen. Kann ich jetzt direkt heilen? Nee. Oh, doch. Also, Blitz ist es nicht. Kann ich euch schon jetzt sagen. Ach, scheiße. Ah, die sind so delayed. Ekelhaft. Wann greift man an? Jetzt. Jetzt. Da muss man reinrollen. Jetzt. Jetzt. Ah, der ist delayed, Mann! Rotkäppchen hat sich aber verändert. Rotkäppchen hat sich aber verändert. Ja, Mann. Da vielleicht auch zweimal. Genau. Der ist delayed. Da kann man reinrollen. Was ist das denn? Jetzt. In Arsch! Ich hab Arschbohrer gegeben! Rotkäppchen hat sich aber verändert. Okay, Phase 2. Rotkäppchens Opa, Alter. So, was kleckert der jetzt? Ah, der Arschbohrer war happig. Aber Blitz ist es nicht gegen ihn, oder? Oder hat der auch so insanely viel Leben einfach? Henno wieder am Kochen. Doch, Blitz ist es. Ja, du hast zwei gevotet. Ich weiß nicht, Bruder. Blitz ist weder immune noch resistant. Okay. So, und jetzt rastet er wahrscheinlich völlig aus. Jetzt macht er so 10 Millionen Schläge mit jeder Kombo. Aber erste Phase kann ich jetzt eigentlich schon, würde ich vermuten. Ich weiß, wann mein Angriffsfenster ist. So, Bruder. Vielleicht mal den? Hab ich ihn geärgert, wa? Was macht der Mantel? Jetzt machen wir Range. Ach so, ist ja ein entspannter. Danach angreifen? Ja. Guck mal, der Mantel. Der macht so, das sieht so aus, als ob der... Da. Habt ihr es gesehen? Als ob der so Feuer-Damage macht, oder so Verwesung. Ja, ja, ja. Knüppel nochmal einen raus, Dicki. Da reinrollen vielleicht? Da nach angreifen. Scheiße. Reinrollen? Die kommen zurück irgendwie, ne? Ja. Ja. Was mach ich hier? Aber er ist sehr entspannt in Phase 2. Ich dachte, jetzt rastet der völlig aus. Arschbohrer. Ah, da kann man ihn, glaub ich, 2 mitgeben. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ja? Der Mantel macht irgendwie noch mal... Ahhh. Ja. Vollkommen klar. Ahh.... Ja. Radadadadadadadam'. Nicht? Dr. Strange Mantle, aber evil. Was ist das denn? Fuck. Ich habe ein Gefühl. Okay, wenn es nur das ist. Und die kommen jetzt von hinten wieder. Das heißt, hier bin ich safe. Okay. Okay. Aber Phase 2 ist fucking easy, glaube ich. Aber vielleicht hat er noch eine zweite Phase in Phase 2. Ratatata? Nee. Und dann links rollen, weil der Mantel so schwingt. Oh. Oh. Pfade 2 in Pfade 2 Pfade 3 in Pfade 2 Pfade 2 Pfade 3 in Pfade 3 Pfade 3 in Pfade 3 So, wie war nochmal Phase 1? Phase 1 war schwerer. Ja, die Delaten. Die sind es. So, ich warte auf seine Jump Attack. Ich habe leider etwas Wichtiges vergessen. Ich habe was Wichtiges vergessen. Ich will die, äh, den Stocher gar nicht machen. Ich will lieber die ordentlichen Hiebe machen. Aha, in den Arsch. Durch den Arsch. Oh! Oh! Äh! Oh! 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 Ja! 404 Glut. Ja, ich weiß. Oh! 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 Ja! Oh! 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 So, jetzt kommt der Easy-Part vom Boss-File. Oh nein! Oh! Er hat eine Armbrust! Nee, 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 nee. Mach doch mal was. Ratatatata. Oh, 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 Arschbohrer. Huh? Ratatat. Oh, oh, uh, yeah. Yo, oh. Zwölf Pots, by the way. Oh, yeah. Rattata, nee. Oh, nein, nee, aua. Nicht getroffen. Ich höre gerade nichts. Ich sehe halt nichts, Bruder. Ah, okay. Aber wann greife ich an? Jetzt. Okay, er macht immer einen Schlag mehr. Nö! Ah, noch einen mehr. Er macht jetzt immer einen mehr, Chat. Und sein scheiß Mantel. Man muss dann immer in den Schlag... Okay. Nö! Ist Action-Di noch Durbel? Ah, er macht drei. Er macht drei. Ah, er macht drei. Äh... Ehh... Ehh... Hier ist leider Blitz. Hä? Oh. Kein Le... Ich hab kein Healing mehr. Oh, lebt noch. Ah, da muss ich reinrollen. Okay. Aber ich fühl mich gut. Der macht übel Bock. Und die dritte Phase hab ich jetzt auch drin. So, und jetzt wird es auch nur einfacher. Ja, übrigens. Junge, wie so ein Hund kommt der angelaufen. Actually, find ich die Phase am schwersten irgendwie. Ja. Mhm. 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 Ja. Okay. Okay. Jetzt schön war mal. Dann muss ich weg von ihm. Dann muss ich rennen. Wenn er macht. Wenn er... Ah. Ah. Schwerste Phase. Schwerste Phase. Schwerste Phase. Diese hier. Schwerste Phase. Schwerste Phase. Schwerste Phase. Ich hab jetzt sechs. Ein... Neuer Try. Oder? Aber ab jetzt wird es ja auch nur einfacher. Ich muss mich wieder mehr pushen. Alles dubel. Was war das für ein, ne? Was war das für ein? 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 Ich schmerzi. Ich schmerzi. Warum? Ich schmerzi. Den totalen. Hab ich ja schon. Der hat einen geschenkert. Ach so. Damn. Ich schmerzi. War ich mehr. Ich schmerzi. Ich schmerzi. Ah. 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 Nee. Okay, der Try war es gar nicht. Der Try war es gar nicht. Der Try war es nicht. Schade. Ich hatte eigentlich nach dem davor ein richtig gutes Gefühl. Jetzt habe ich es nicht mehr. Also letztendlich Ich glaube, die erste Phase muss ich mehr auf Range spielen, dass er mehr so Jump Attacks macht. Die waren einfacher. Er hat einfach... Also das Krasse ist, er hat super viele Patterns. Fast wie bei Findus, Digga. So, dann kommen wir angehoppelt. Jetzt springt er. Das ist gut. Ach man, der kommt dann... Der zweite kommt dann doch immer schneller, als wie man denkt. Oh, laufen, laufen, laufen. Trottel. Trottel. Löw! Ah, der zweite kommt immer so schnell. Ah, da bahnt es sich an, das Unheil... Der zweite, da war er. In den Arsch. So, jetzt sind wir hier mit 13. Aquavits, Digga. Was willst du tun? Ne, 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 ne. Den musst du häufiger machen, Bruder. Achso, hä? Nein! Eeeh! Oh, manchmal habe ich mehr Glück als verstanden. Oh. Die kommen jetzt angesauzt. Scheiße. Ge-Panicked. Aha. Was ist das nochmal? Ach, die Explosion. Ja. So, jetzt geht's nochmal los. Fick mich in Arsch. Eins. Zwei. Und dann macht er den dritten, oder? Nee. Eins. Zwei. Okay. Eins. Zwei. Okay, dann macht er zwei weiterhin. Eins. Zwei. Eins. Können die Blitzer auch ihn treffen? Yeah! Ah ja, okay. Eins. Eins. Zwei. Dich? Digga, mach doch mal jetzt! Drei! So, zwei. Eins. Und die Linksstelle kommt dann. Oh, was macht er jetzt? Explosion. Das war's. Da macht er jetzt mal drei. Hahaha. Nee. Den weiß ich doch inzwischen. Ah. 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 Was ist das? Not mein Schwanz! Bisschen Gänsehaut. Damit ist jetzt durch. krank ich war literally auf 1 hp wegen dem spell ich sag euch da verlieren die meisten ihre nerven aber nicht der junior tutorial beendet wirklich war Spaß schön schön ich setze mich einmal hin ok leute das wars ich glaube das war der geilste bossfight in dark souls 3 für mich oder was hatten wir ich muss sagen die meisten bossfights fand ich gar nicht so geil den endboss fand ich ziemlich lame also sowohl also von der inszenierung her und so es war einfach so ein gesichtsloser heini der da seine vier waffen switcht wie dieser eine adc bei league of legends wie heißt der nochmal der immer alle seine waffen switcht media ey gibt es so ein dark souls 3 boss ranking ne vorlage ach felius genau hast du eigentlich mal vor stronghold wieder zu spielen äh dann schick mir gerne mal einen link können wir gleich machen ja also vielleicht fazit ähm ich muss sagen mir hat dark souls 3 enorm spaß gemacht ist ein ultra geiles game es hat genau meine erwartungen erfüllt tatsächlich ist aber auch nicht über den erwartungen aber auch nicht unter den erwartungen meine erwartungen waren aber hoch und das ist schon eine krasse leistung weil alle schwärmen ja von dark souls 3 ich muss sagen ich finde es gerade am anfang ähm in bezug auf level design nicht so geil weil es doch sehr linear ist ich bin das mal so beim einschlafen habe ich versucht mir so eine minimap zu basteln so vogelperspektive wo man am anfang über lang geht und was so die möglichkeiten sind und kam raus bis ins dritte vierte fünfte gebiet hat man eigentlich nur einen weg ähm aber also da ist dark souls 1 zum beispiel deutlich cooler gestaltet finde ich von den wegen die man gehen kann das macht natürlich gerade zu beginn des spiels dann viel aus weil andere builds möglich sind weil man sich hier und dort erstmal ne man kann erstmal nach mappen süd und dann kann man aber sich da ein item holen und damit nach bayern und wenn man in bayern war kann man dann nach jordanai ne sowas zum beispiel dann es ist sehr lang ich glaube es ist länger als dark souls 1 aber lang nicht so lang wie dark souls 2 dark souls 2 war ich 100 stunden drin über 100 stunden wir sind jetzt hier bei soliden 60 stunden gewesen 61 ja vielleicht 60 der rest ist menü oder so ähm aber ja ich glaube wie würde ich es ranken also dark souls 2 auf jeden fall auf platz 3 auch wenn ich immer noch der meinung bin ist ein gutes spiel nur im direkten vergleich stinkt es halt ab und jetzt ist die frage auf welcher basis bewertet man das weil dark souls 1 war halt seiner zeit meilen weit voraus so das kam halt raus keine ahnung wann kam das raus vor 15 jahren oder so ähm und dark souls 3 jetzt halt so vor 7 ja 2010 oder so genau oder 11 und für die damalige zeit war halt dark souls 1 besser als dark souls 3 wahrscheinlich vor sieben wobei vor sieben jahren was oder 2015 oder kam dark souls 3 wann kam dark souls 3 16 also vor acht jahren ja 2016 ja schon auch krank ne ist schon auch krank danke jannik äh heb das gerne nochmal auf für gleich ähm ich glaube äh für mich sind die fast eigentlich gleich auf die haben halt beide vor und nachteile aus heutiger sicht wahrscheinlich dark souls 3 einfach weil man merkt ne ist so ne ist schon ne neue engine oder ist das auf ne anderen engine schon das merkt man so es ist halt es float mehr ist alles so ein schritt weiter äh die waffen ne haben halt deutlich unter also die haben halt mit ihrem so der man merkt richtig da bahnt sich eldenring an ne bei eldenring mit der kriegsasche immer auf den waffen ähm ist nochmal ein schritt weiter aber hier hat man sehr viele waffen mit sehr uniken attacken teilweise ähm das fehlt aber dark souls 1 voll also gibt es auch glaube ich ein bisschen sporadisch aber ja ja und dementsprechend ich glaube so auch für den widerspielwert und aus heutiger sicht ist dark souls 3 wahrscheinlich einfach ein müh besser aber einfach nur weil es die logische der logische nachfolger von dark souls 1 eigentlich ist so an sich ich muss sagen äh ich war sehr hype dass dark souls 3 endlich los geht es sollte eigentlich im september letzten jahres starten nur wie wir alle wissen bin ich dann äh krank geworden und dementsprechend wurde das zwei monate delayed und dann während diesen zwei monaten in denen ich krank war ist so dieser spross in mir gewachsen dass ich live streamen möchte weil ich hab einfach mein halbes leben hinterfragt und äh deswegen hab ich mir gedacht ey wär doch ein richtig geiler start zum stream mit diesem projekt rein starten und was ich unterschätzt hab ist was das natürlich für ein commitment ist und ähm wie wenig ne anders ich habe unterschätzt wie viel zeit eintracht doch im day to day so in den wochen ähm für mich einnimmt so dass mit dark souls 3 und eintracht baller league league of legends da gab es einfach kaum platz für was anderes weil ich muss ja auch viel reisen bin ja jeden zweiten baller spieltag da ähm da gehen so viel da geht so viel zeit einfach drauf ich war auf vielen events einfach um den leuten zu zeigen dass ich kein hurensohn bin weil die ein veraltetes bild von mir hatten wobei ich ja früher kein hurensohn war aber ähm und es war einfach sehr viel los und wenn ich dann mal zeit hatte stand halt immer dark souls 3 an und dadurch das hat sich irgendwie sehr gestresst angefühlt für mich zumindest ähm weil es dann so ein halber krampf wurde ich habe es trotzdem sehr enjoyed aber ich hätte jetzt auch in den vier monaten gern mal was anderes gemacht so ich fange an zu streamen mit aus der motivation heraus dass ich viel autarker bin und spontaner dinge angehen kann sondern hocke ich vier monate lang auf einem game wisst ihr was ich meine mit ausnahme des eldenrings projekts und jetzt meiner win challenge und so gegen ende aber ja und das war ein downer für mich ich habe es einfach unterschätzt in zukunft würde ich auf dem stream so eine projekte nur noch auf eine woche limitieren dass ich sage ne ähnlich wie das eldenring ding in einer woche will ich das durchspielen das ist die challenge dann stream ich halt die scheiße da raus ähm und ich glaube dass es besser ist besser für mich ist besser für die leute weil mehr abwechslung kommt und trotzdem viel gespielt wird ähm die behindergrundmusik ja es passt gerade sehr gut so und eine sache muss ich nochmal zum rad der qualen machen auch ich meine es hat also es hat das format eigentlich ausgemacht ist so der usp weil dark souls zocken und eldenring macht halt jeder so ist nicht also ist cool aber so der richtige usp gerade so bei dark souls 1 hat es glaube ich mies gescheppert war halt das rad der qualen und bei dark souls 2 haben wir dann ein bisschen zu viel versucht da wurden dann die die strafen teilweise ein bisschen crazy mussten auch viel anpassen dann wieder ähm aber mit dem switch auf twitch war es jetzt so dass sehr viele physische strafen rausfallen musste weil das in den twitch richtlinien äh leider verboten ist sich also self harm äh und das fängt schon an mit in ne mausefalle äh packen weil ihr müsst euch vorstellen wir haben dann sogar extra ein meeting mit äh twitch ähm gehabt also mit den deutschen angestellten von twitch und sagen denen ja wie ist es denn wenn ich wenn jetzt max in ne mausefalle äh fest und die sitzen dann da und können halt nur sagen naja in den richtlinien steht halt kein self harm und theoretisch ist das self harm also letztendlich haben sie gesagt naja ist halt alles interpretierbar so müsst ihr drauf ankommen lassen so nach dem motto und das war es halt nicht wert also haben wir sehr das fiel uns leider auch sehr kurzfristig auf ähm und wir hatten sehr viel zu tun mit der stream umstellung natürlich könnt ihr euch vorstellen ja und dementsprechend waren dann die strafen so wie sie waren ähm ich muss jetzt noch eine magic karte verschicken äh für alle die es vielleicht schon vergessen haben ich hab muss ja mal ne schönes dualland raushauen ja und der rest der strafen vieles war halt auch ingame hat auch legendäre momente geschafft weil ich dann also super viele bosse musste ich dann mit helm auf oder ich werde nie vergessen wie ich hier donny äh o'sullivan digger wie ich den mit dem eco controller gemacht hab wirklich bei ne halbe stunde haben wir diskutiert ob und wie und dann scheiße ich einfach auf alle drauf keiner hat gesagt ich sollte das machen alle haben gesagt ja macht doch jetzt einfach den anderen controller verschiebt die strafe äh dreh nochmal neu ich äh probier mal den controller so umzustellen und hier ist noch ein programm keiner hat gesagt geh jetzt einfach rein und mach's und ich war irgendwann so genervt von der gesamtsituation dann bin ich dann geh ich mit diesem scheiß teil rein steuerkreuz geht nicht und linker controller geht nicht das muss man sich mal vorstellen nur ne der rechte ging nicht ich konnte nur gehen und schlagen und rollen also ich konnte nicht mal die sicht anpassen das war für mich der legendärste moment in dem format in dem projekt ja und dementsprechend naja nach dem achten mal in zwiebel beißen champignons fressen sauerkrautsaft trinken wir hatten auch wholesome strafen dabei natürlich subgifts und so an kleine streamer aber es war halt nicht das gleiche für mich war der usp des glücksrad nicht so da es war dann so ein bisschen behelfsmäßig es hat sich einfach nicht es hat sich eher wie ein störfaktor angefühlt weil man die ganze zeit interrupted wurde bei einem geilen game so und das war vorher auch schon so für mich bei darksworld 2 und 1 aber das war dann halt da konnte man es rausschneiden es war viel so show element halt für euch egal ob es dann für mich störend ist ähm und wie gesagt man konnte es halt immer rausschneiden und die strafen waren halt auch so weißt du ich kassier dann ein werd einmal über den rücken gepeitscht so mach kurz fokus und setz mich wieder ran ähm und jetzt war es halt so von der art und weise her anders und das fand ich nicht so geil irgendwann am anfang ist es noch alles cool aber nach einer zeit wenn sich das alles gelegt hat ähm ja das so als fazit ich glaube damit ist alles gesagt ähm klar also an die leute auf youtube ich glaube ich hätte das auch rückblickend natürlich das projekt hätten wir das anders auf youtube verpacken müssen vielleicht ein bisschen light cut ähm weil es sind schon ganz schöne streambrocken gewesen ja und natürlich ich verstehe auch dass eine umgewöhnung ist mit dem chat und so aber für mich gehört das einfach dazu ähm ist einfach das stadion quasi so also jetzt nicht so dass ich in einem stadion hoc und da aber ihr wisst was ich meine so und jetzt das große finale meine damen und herren der eigentliche endboss die omi die omi die wahre omi wir hassen sie alle wir verabscheuen sie jeden tag gehen sie uns auf den sack die scheißrentner und da sitzt eine auf ihrem asbach uraltstuhl bewegt ihren zuckerarsch nicht mit dem alten geschirr sollen andere wegräumen weil sie nicht mehr kann damit ist jetzt schluss ashen one schritt voran und hieb zu aufgeschnitten wie ein stück kuchen und der ashen one mit krönendem abschluss sagte du bitch ich bedanke mich für zuschauen youtube ich bedanke mich für alle die vier monate im stream hier mir dabei zugeschaut haben mich hier durch zu arbeiten danke für die spenden ich habe es jetzt gerade gemutet für den schluss und ja mal gucken was die zukunft bringt ihr werdet sehen auf youtube auf twitch geht es jetzt hier weiter schaut da immer gerne vorbei ab 16 uhr habt noch einen schönen tag tschüssi und ich bin